Hallo, Chat. Schön. Jetzt darf ich nichts mehr gegen Fortnite sagen. Jetzt ist es vorbei. Auf gar keinen Fall. Jetzt ist es vorbei. Aber, also, kurz Zusammenfassung, ich habe nur gefragt, wie es geht. Das haben die Leute ja wahrscheinlich gehört. Und du hast Probleme mit deinem Rechner. Ja, ich hatte Probleme mit meinem Rechner. Und dann, irgendwie hatte ich dann Blue Screen. Und OBS-Probleme und Internet-Probleme. Du hast den weggebracht, hast du gesagt. Kennst du dich selber mit Rechnern nicht so gut aus? Also, jetzt nicht mit Wasserkühlung und so weiter, dass ich da sage, dass ich da irgendwas selber mache. Hast du nur einen PC? Mhm. Also, du streamst über einen Rechner und du spielst über den gleichen Rechner. Richtig. Warum hast du eine Wasserkühlung verbaut, wenn du dich damit nicht auskennst? Ich fand das, ähm, ich wollte das schon immer mal haben und ich fand das optisch schön. Weißt du, ist eine ehrliche Antwort, Bruder. Ja, was soll ich dir sagen? Ja, ist halt eine ehrliche Antwort. Du würdest wahrscheinlich, also ich, ich... Wenn das schon so losgeht. Also, ähm, ich hab das Instagram-Video dazu gesehen und es ist wirklich schön. Ja? Ja, ist schön. Sehr schön. Aber, ähm, aber, das ist jetzt das große Aber, das Geile, wenn du ein bisschen, wenn du, also unabhängig davon, ob du dir das nun zusammenstellst oder nicht, aber du könntest ja auch die Wasserkühlung rausnehmen, das alles luftgekühlt machen lassen und dann könntest du selber ja Problemlöser spielen, verstehst du? Genau, ja. Weil du hast ja jetzt, wenn was nicht geht, musst du potenziell den Stream absagen, weil du musst das Ding verpacken und Wasserkühlung heißt Styropor dazwischen. Genau. So richtig sicher machen, dann in eine Transportbox, dann ins Auto und dann, wer weiß, wie weit fahren, dann rausladen und so. Das ist, das ist ein Aufwand. Den, ähm, also wenn, wenn, wenn man das gerne macht, okay, aber ich weiß nicht, ob's das wert ist. Ja. Ich hatte auch darüber nachgedacht, einen zweiten PC zu holen, also über einen PC zu streamen, ne, und über den anderen halt zu spielen. Und ich denke halt auch so für, fürs Backup und solche Sachen ist das eigentlich auch der bessere Weg. Es ist der einzige Weg, denn du wirst, also, es ist der einzige Weg, weil du wirst irgendwann, das kann ich dir aus eigener Erfahrung sagen, du wirst irgendwann an den Punkt kommen, an dem du die Qualität des Streams unabhängig von deiner Leistung in Verbindung mit dem Spiel, was du gleichzeitig auf einem System machst, nicht mehr nach oben schrauben kannst. Weil OBS nicht genug Kerne abgreift, weil die Grafikkarte ausgelastet ist, weil es einfach nicht geht. Ich bin an den gleichen Punkt gekommen und ich hatte ein 16-Kern-CPU-Monster in einem Rechner und ich dachte, es funktioniert aber, es ging einfach nicht. Krass. Ging nicht. Ja. Aber, ähm, das kann ich dir für die Zukunft nur sagen. Ansonsten, jetzt hab ich das ein bisschen weggenommen, ähm, ähm, ansonsten geht's dir aber wieder besser, du bist wieder gesund. Ja. Also, die Stimme war komplett weg. Ja. Und dann geht halt gar nichts. Ja, das ist doof. Ja. Das ist doof. Ähm, mir geht's auch gut. Ich hab mich sehr gefreut auf das, was wir heute haben. Ich auch. Wir haben's ja auch mal nach hinten geschoben. Ja, wir haben's erst mal nach hinten geschoben. Du hattest doch auch was. Warte mal, du sagst mir hier die ganze Zeit PC-Probleme, aber bei dir war ja auch was. Nein, genau, ich musste, meine Wasserkühlung ist kaputt gegangen, aber ich hab ja eine All-in-One-Wasserkühlung gehabt. Das heißt, das ist so ein geschlossenes System, was du runterziehen kannst und raufmachen kannst. Und ich muss da nur, ich hatte halt ein Problem, ich hatte halt nicht, ich hatte halt keinen Ersatzlüfter da. Okay. Und dann Expressversand da und dann nächsten Tag eingebaut und dann ging's halt wieder. Aber ja, deswegen mussten wir verschieben. Ich hab das auch bei dir gesehen, du schraubst auch so selber und ... Ich mach alles selbst, ja. Ja. Ich möchte da auch irgendwann hinkommen. Also, ja. Ja, das kann man halt easy machen. Du kannst das jetzt halt nicht machen, weil du hast so ein geschlossenes Wassersystem. Aber so Grafikkarte austauschen, mal einen neuen Prozessor reinmachen auf dem Sockel. Und wenn man sich dann traut, teilweise Motherboards austauschen, neue RAM-Riegel rein, geht auch noch relativ gut. eine Festplatte einbauen. Und das sind halt so kleine Sachen, mit denen man anfängt und irgendwann ballert man halt ganze Systeme zusammen. Ja. Muss man sich halt nur trauen. Das ist ja ein Hindernis. Da sind die Leute dann immer so, oh, mach ich was kaputt? Ja, mach ich was kaputt. Soll ich mich an der Heizung erden? Muss ich gleichzeitig, muss ich, wenn ich das Motherboard anpasse, eine Hand auf dem Boden haben? Wie geht das? Muss ich Handschuhe anziehen? Solche Sachen. Ja. Nachdem wir festgestellt haben, wie es dir geht und wie es mir geht, sag mal bitte, was du so machst. Was machst du? Wer bist du? Was machst du? Ich spiele Fortnite. Ich spiele das. Ich mache also hauptsächlich zu 95% Fortnite-Content. 95% Fortnite-Content? 95%, vielleicht sogar 97%. Aber ich stream Fortnite. Ich habe Fortnite als allererster. Von 3% Reaction-Video auf Apoid oder was? Genau. Und auch, sag ich mal so, als einer der ersten im deutschsprachigen Raum. Ich habe Fortnite gestreamt mit 50 Zuschauern noch am Anfang. Wo alle gesagt haben, ey, das ist ja voll der PUBG-Abklatsch. Da habe ich schon damals gesagt, ey, das Spiel wird einfach, so wie es aufgestellt ist, es einfach nur durch die Decke geht. Wann hast du angefangen mit streamen? Regelmäßig jetzt im Dezember, dann vor zwei Jahren. Ich habe angefangen zu streamen mit Clash Royale. Das Handy-Game? Das Handy-Game. Bruder, was groß ist. Damit habe ich mir meine Partnerschaft geholt. Ey, wir haben eben gerade von Mobile Games gesprochen, ne? Average 250 Viewer an dieser Stelle und davor hatte ich noch kein, davor hatte ich noch kein Subscriber-Button. Und als ich den bekommen habe, das war schon ziemlich krass. Ich glaube dir. Verdient. Da habe ich dann am ersten Stream, als ich den Subscriber-Button bekommen habe, habe ich meine ersten 100 Subs geknackt. Das war so, ne, das war einfach krass. Das ist heute gar nicht mehr, äh, ja, wie auch? Ja. Ja, wie? Ja. Ja, wie? Das war richtig heftig. Da habe ich richtig, das war noch ein bisschen was anderes. Und das ist ja nur, das ist ja nur, sag ich mal, nur zwei Jahre her. Wenn ich mir, äh, dich angucke, du Urgestein, du bist ja schon ein bisschen länger auf dieser Plattform unterwegs. Ich bin ein bisschen wie Gunnar. Ja, genau. Ähm, also, ja. Ja. ist grauer Mann halt. Alt. Ja. Einfach alt. Du hast es ja noch, noch ganz anders in Erinnerung. Ja, bei mir waren es halt alles noch, war alles noch Englisch. Deutsche Sprache? Hä? Ja, bei mir Englisch. Du musst los. Ja, ich hab deinen, hör aus, ey. Hey, hallo. Stimmt. Bruder, soll ich das erzählen? Kann ich das erzählen? Nicht wie, aber wo? Ich möchte ganz kurz, du darfst es erzählen, du darfst es erzählen, aber ich möchte ganz kurz was vorwegnehmen, damit die Leute Bescheid wissen, ja? Okay. Das ist ein Meme, mein Englisch ist ein Meme, aber es ist wirklich so, in der Schule, ich, Englisch war immer mein schlechtestes Fach, ich konnte damit nichts anfangen. Generell mit Sprachen, damit kannst du mich jagen. Latein und solche Sachen, da bin ich einfach raus. Muss ich los. Ja. Musst du weg. Du bist einfach weg gewesen. Ja. Das ist nicht meins. Pass auf. Und, ja, du bist dran. Nee, nee, ich will dir nicht, also erstmal, ich will dir nicht ins Wort fallen. Nee, ich möchte nicht mehr. Ich möchte nicht mehr. Okay. Wir haben uns das erste Mal getroffen, auf der Twitch-Tour in Berlin, glaube ich, ne? Ja. Und, da haben wir uns unter ganz besonderen Umständen getroffen, denn auf der Twitch-Tour in Berlin, das war eine reine Partnerveranstaltung. Und auf dieser Veranstaltung kamen Leute zu der Möglichkeit, ein bestimmtes Gespräch mit ausgewählten Leuten, ich sag jetzt nicht welche, aber mit ausgewählten Leuten von Twitch zu führen. Und wir waren in dieser Gruppe. Da warst du und da war auch Niklas von Bonschwa dabei. Bonschwa. Und der Grund, warum ich lachen musste, ist, weil dieses Gespräch logischerweise in diesem Zusammenhang auf Englisch stattfand. Und wir saßen, wir saßen da und haben unsere, haben unsere, am Mittag, beim Mittagessen, mehr oder weniger. Ja. Und jeder hat so ein bisschen erzählt, was er sich so vorstellt. und ich hab über VODs gerantet und hab gesagt, wie scheiße das ist und alle so. Und als du dann dran warst, war halt, das war, das war, also ich mein, dass du ihn drüber lustig machst, gar nicht. Das war, aber schon, war schon ein emotionaler Moment für mich, wo ich dachte, pfuh. War schon, also du musst dir vorstellen, da sitzt Micky dann in der Riege von CEOs von Twitch, alle, alle die höchsten, die höchsten Tiere, links vom Marketing, rechts, Chef, Chef und Chef, 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 überall und er sitzt da und sagt, alle, alle, I think, I think, I think, the, 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 the place on this. Ich sterbe. I really think it's really good und du bist halt, und du bist halt die ganze Zeit da, und es ist in diesem Kontext einfach so witzig. Es war schlimm. Es war, es war sehr, sehr schlimm. Ich, Leute haben ja auch, ich glaube einmal ein paar Mal wurde auch irgendwas übersetzt oder so, es ist halt alles, alles cool. Ich, da habe ich aber das erste, so haben wir uns ja das erste Mal Person gesehen und ich sage, ich habe, wir haben uns vorher nicht, wir haben uns halt vorher nie getroffen und dann saßen wir uns gegenüber bei diesem Gespräch und wir gehen nicht los. I think, I think the, I think the, I think the, the Möglichkeiten is really big, Bruder. Alter. Es ist so gut gewesen. Walsch. Englisch. Es war, es war wirklich gut. Aber es ist auch so gut, dass wir uns so das erste Mal in Person getroffen haben. Ja, haben wir. Es war halt witzig, also es war wirklich witzig, meine Fresse, Alter. Ja, so haben wir uns das erste Mal gesehen. Ähm, uff, mein Gott. Uff. Musst schon ein bisschen lachen, ehrlich gesagt. Ich bin sehr froh, dass es davon keine Aufnahme gibt. Ich bin, ja klar. Kann ich nachvollziehen. Kann ich, gar nicht wirklich nachvollziehen. Ähm, okay, ja, so, so haben wir uns das erste Mal gesehen und du hast, ähm, mir so allgemein dann, äh, haben wir ein bisschen geschnackt und so weiter und so fort. Ähm, und hauptsächlich Fortnite mit 50 Zuschauern angefangen, Clash Royale gespielt und dann, und dann Fortnite sofort, oder? Ja, also Clash Royale, ne, und dann hatte ich einfach, ich hatte einfach keinen Bock mehr auf Mobile. Hatte ich keinen Bock mehr. Kann ich gar nicht nachvollziehen. Ja. Ja. Und dann bin ich von Clash Royale komplett weg und komplett ins andere Genre, so Battle Royale rein, PUBG gespielt. dann bin ich, was weiß ich, ne, da hatte ich da nur 20, 30 Zuschauer, so gefühlt. Wenn mal das Süßste der Gefühle war, dann mal vielleicht 100. Ja. Und ja, äh, dann kam, äh, Fortnite. Fortnite lief ja, oder läuft immer noch. Ja, Fortnite, Fortnite lief, läuft, wird laufen. Hast du den YouTube-Kanal daneben gleich, sofort nebenbei gemacht, oder ist das ein bisschen später gekommen? Ähm, ich habe ein paar Runden Fortnite gespielt, und dann habe ich einfach gesehen, dass niemand Fortnite-Videos gebracht hat. Also niemand, niemand. Und hab dann auch damit angefangen, ne, und einfach dann sozusagen die Highlight-Sachen, die passiert sind im Stream, einfach auf YouTube hochgeladen. Ja. Das Ding ist, ich habe auch generell zu YouTube fehlt mir einfach so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, so die Leidenschaft, da jetzt wirklich gute, richtig, hochkrasse, qualitative Videos zu machen, oder mir fehlt halt ein Cutter dafür. Oder auch die richtige Song-Idee. Ja, oder so. Und da kommen dann halt einfach nur die, die, die besten Runden, ne, oder wenn wieder was Neues in Fortnite rauskommt, so als Update. Aber so die richtige Leidenschaft ist einfach, ähm, beim, beim Live-Sachen. Also du machst die, du machst die Videos auf YouTube dann selbst noch? Ja. Okay. Ähm, du hast was Interessantes gesagt, da werde ich dich gleich drauf festlegen, das wird vielleicht unangenehm für dich. Aber, äh, ich hab's, finde ich gut. Finde ich gut. Das sagst du jetzt noch. Ähm, du hast gesagt, warum hast du mit dem Stream angefangen? Warum ich damit angefangen hab? Ja. Weil ich, äh, zocken mag und ich mochte auch generell, äh, so Streaming und so weiter. Also mir hat das, ich hab da so ne, weiß ich nicht. Ich glaube, ich, ich wollte es einfach mal ausprobieren. Ne? Ich, also ich wollte es ausprobieren, vor zwei Jahren, wollte ich ausprobieren, ob ich es schaffe, mit dem Stream zu existieren. Aber du hast ja auch ohne den Stream existiert. Ja, natürlich, davor, aber nur ausschließlich sozusagen mit dem Stream. Du wolltest also, du hast mit dem Stream angefangen, weil du wissen wolltest, ob du auch vom Stream leben kannst. Hab ich das richtig verstanden? Richtig. Äh, weil du hast gesagt, dass die YouTube-Videos, die du gemacht hast, die du, die du hochlädst, dass du sie hochlädst, weil du gesehen hast, dass das keiner macht. Genau. Richtig. Nicht, weil du denkst, dass das eine, also nicht, weil du gedacht hast, dass du gerne Videos machen willst, sondern weil du gesagt hast, das macht gerade keiner und dafür ist ein Markt da. Richtig. Quick and dirty, mein Lieber. Genau, quick and dirty. Ja. Wenn ich dir, also wenn ich das alles so höre, ne, also wenn ich das so aufnehme, ja, dann hört sich das für mich so an, als würdest du das machen, wegen der Kohle. Ja. Das hört sich auch erst mal so an, klar. Aber ich, ich liebe ja Livestreaming. Ich liebe das ja. Und YouTube hätte ja nicht von vornherein so krass gecrasht, hätte es jemand anderes schon gemacht, die ganze Zeit. Wenn du jetzt, sag ich mal, in einen Markt einsteigst, ja, wie zum Beispiel jetzt, du nimmst jetzt League of Legends. Du fängst jetzt an, League of Legends Content zu machen. Dann wird da, dann wird da nicht viel passieren. Und davor habe ich auch nicht darüber nachgedacht, YouTube zu machen, sondern ich wollte permanent streamen. So. Streamen war mein Ding. Ich mochte Streamen schon immer gerne. Die Live-Interaktion mit den Zuschauern. Ähm, zu zocken, wenn du irgendwas Krasses in einem Spiel machst, wie der Chat darauf eingeht. Aber mit YouTube konnte ich mich nie richtig identifizieren. Okay, aber warum dann YouTube machen? Wie, warum dann YouTube machen? Weil du sagst, also, ich habe genau das Gleiche. Also, vielleicht sehe ich da meinen eigenen Maßstab. Aber der, ich sehe YouTube auch eher als, ähm, als Sache, mit der ich überhaupt nichts anfangen kann. Null. Also nicht von der Mentalität der Leute darauf, von der Art und Weise, wie Content produziert wird, von der Art und Weise, wie der Content monetarisiert wird und auf was man sich bei der Monetarisierung verlassen muss, um die Sachen mehr oder weniger zu machen. Aber, das, das alles hört sich für mich genauso an, wie für dich jetzt erstmal. Du sagst, du hast das, du kannst mit YouTube nicht wirklich, ist egal. Oder es ist so, ja, hm, I don't know. Aber warum, warum dann auf YouTube Videos bringen? Weil die Leute dann sozusagen auch wieder in den Streaming reinkommen. Ich wäre ja niemals auf Twitch auch so gewachsen ohne YouTube. Richtig. Das ist einfach, einfach eine Reichweitenvergrößerung. Richtig. Das heißt, aber man, man könnte dir in dem Fall, ähm, man könnte dir in dem Fall vorwerfen, dass die, dass du diese Videos nur machst, weil das halt eine Zahl reflektiert und nicht, weil du das Video cool findest, was du da machst. Hm. Würde ich das Video nicht cool finden, dann würde ich es gar nicht hochladen, ne? Da kommen die besten Runden, witzige Runden und so weiter. Hm. Aber YouTube an sich ist einfach für die Reichweitenvergrößerung Ja. extrem wichtig. Ja. Das heißt, Sehr, sehr wichtig. Das heißt, ähm, würdest du sagen, ich mach da einen Fehler, weil ich es nicht mache? Hm. Kommt drauf an, wo du hin willst, ey. Ja, in dein Portemonnaie, Bruder. Ja, willst du, willst du, aber willst du, was meinst du denn, Generell, du machst ja, du machst ja IRL und machst du noch, äh, GTA Roleplay? Ne. So, wenn wir jetzt zum Beispiel das Video, also ein Video, was mir zum Beispiel hängen geblieben ist, ist vom guten Schlorox. Hm. Das ist ein Video, da hat er eine Szene in GTA nachgestellt, Haus des Geldes, hat er da veranstaltet, einen Raub gemacht. Ja. Das war, ich fand das Video so cool, ich hab's von der ersten Sekunde bis zur letzten angeguckt und hab mich einfach gefragt, warum das nicht mehr Aufrufe hat. Ne? Ja. Also warum da, warum da nicht noch mehr passiert? So. Wie viele Aufrufe, also, weil, okay. Also so, jetzt 300, 400, 500, 500.000 Aufrufe, weil es wirklich ein geiles Video war und es hat mich richtig abgeholt. so. Und YouTube ist da, was solche Sachen angeht, wenn da nicht so ein, sag ich mal, ein Spiel mitzieht, was einen Hype mitbringt, ist YouTube da sehr, sehr undankbar. Okay, das heißt, du willst sagen, dass, äh, du wunderst dich, warum das Zeug von Schloh nicht mehr Klicks auf YouTube kriegt und du glaubst, dass das daran liegt, dass das Spiel, was er spielt, nicht im Hype ist. Weil es schon ein bisschen länger gibt. Also ich muss dir sagen, die Sachen, die, also die Sachen, die auf Twitch, also vielleicht ist das auch ein, behaupte ich jetzt einfach mal, die Sachen, die auf Twitch, ähm, ähm, richtig gezogen haben, jetzt vielleicht nicht mehr so, sind, ist, ist GTA, also. Es gab, ich, ich behaupte einfach mal, ich behaupte ganz locker, dass mindestens 100 Leute, vielleicht sogar mehr, ihren Partnerstatus auf Twitch bekommen haben, nur weil sie GTA spielen. Nur deswegen. Ist das bei Fortnite auch so? Im deutschen Markt? Im deutschen Markt. Ich kann nur Deutsch sagen. Also 100, 100, 100 Leute sind Partner geworden im GTA-Bereich. Mindestens. Also ich kann dir sagen, dass ich allein 20 Leute mit, äh, unterstützt hab. So. Die dann Partner geworden sind. Mit Fortnite? Mit Fortnite. Okay. Ich hab dann mal mit denen eine Runde gespielt und so weiter, also das geht locker über, pff, kannst du gar nicht mehr zählen. Vielleicht ist die Dynamik zwischen den Plattformen auch anders. Vielleicht guckt man, vielleicht ist es cooler, einen Livestream bei GTA RP zu sehen, weil das klar, gerade passiert, ähm, als, als es in dem, in der Aufzeichnung in dem Video. Vielleicht ist es deswegen so. Aber ich glaube, Schlo hat mittlerweile auch über 100.000 Abos, oder? Mhm. Der ist jetzt schon krass. Ja. Und da würde ich mir wünschen, zum Beispiel für dieses Genre, dass das mehr abgeht. Auch im deutschsprachigen Bereich. Ich würde mir wünschen, dass das endlich aufhört. Wie? Ich kann, ehrlich, Schwieriges, schwierig für mich, ich habe ja nicht ohne Grund aufgehört. Es ist schwierig, das zu erklären, aber ich würde mir wünschen, dass es endlich vorbei ist. weil, ich komme ja, ich komme ja, Arma 3, sagt ihr was? Mhm. Ich, ähm, und jetzt gibt es ja auch vereinzelt noch, ähm, gab es ja altes Roleplay, beziehungsweise Roleplay auch in Arma 3, im Arma 3-Universum. Ja. Ja. Das heißt, da gab es auch Server, die, äh, mit den Arma 3-Sachen für mich, ähm, äh, für, für Leute dann die Möglichkeit geboten haben, eigene Roleplay-Server zu hosten und so weiter und so fort. Und 2014 war es halt ähnlich wie mit, ähm, war es halt, ist es halt ähnlich gewesen wie mit GTA RP. Das war halt überall. Es war halt einfach überall. Und, in Anbetracht der Reichweite, die Twitch damals hatte, ähm, hat man das halt auch fast überall gesehen. Aber man merkt dann relativ schnell, das ist immer das Gleiche. Ja. Das ist, ähm, teilweise auch auf Krampf. Ähm, sobald Streamer anfangen es zu spielen, versaust du die Community damit, weil leider aus unerklärlichen Gründen, oder vielleicht nicht leider, aber zumindest habe ich den Eindruck, dass die Roleplay-Community, ähm, sozialen Abschaum abzieht. Also, ich sag's ganz einfach mal raus. Ähm, äh, das klingt jetzt sehr kritisch. Ich möchte das auch nicht auf allen, auf alle, äh, runterspielen, aber ich habe selber, ich spiele jetzt, glaube ich, seit einem Monat nicht mehr wirklich aktiv, oder mehr vielleicht sogar. Oh, krass. Äh, okay. Ich habe immer noch einen Server. Mhm. Und die großen, großen negativen Punkte, die dazu kommen, sind Menschen, die sich in der Realität nicht zurechtfinden, um dann in einem virtuellen Realitätsspiel, und das ist GTA in diesem Moment, eine, eine, eine Sache auszuleben, mit der sie in der Realität in den Scheißknast kommen würden. Wir reden hier von, wir reden hier teilweise von gestellten Vergewaltigungen zu allen möglichen Bullshit, der, den Leute bringen, weil sie denken, in einem Videospiel ist es okay, Leute damit zu belästigen. Und, wenn du das mal siehst, ja, also wirklich, wenn du das mal siehst, wenn du das mal gesehen hast, dann wirst du da so schnell raus, wenn dein moralisches Empfinden für dich den, den, den Trigger auslöst, dass du, dass, du kannst es nicht mehr machen, du kannst, du schämst dich dafür, dass ich, ich, ich als Serverbetreiber stelle mich, habe die Verantwortung mehr oder weniger, dass Spieler da nicht belästigt werden und dass das nicht passiert. Und jedes Mal, wenn so ein Vorfall kommt, stelle ich mir die Frage, mache ich den zu? Mache ich den einfach aus? Weil die, das kann ja immer wieder passieren. Einfach nur, weil Leute eklig sind. Einfach weil, weil Leute denken, dass sie das nutzen können, um die Flucht vor der Realität anzugehen. Und darum spiele ich kein GTA RP mehr. Wann hast du das angefangen zu bemerken? Mit GTA RP? Anfang, Mitte diesen Jahres. April sowas. Jahres. Okay. Und ab dem letzten Monat hast du dann gesagt, nee. Einfach nicht mehr, nein. Du kannst... Und gab es da, gab es da einen bestimmten Auslöser? Gab es da einen bestimmten Stream, einen bestimmten Moment, wo dein Kopf dann gesagt hat, nee. Nicht im Stream. Mach ich nicht mehr? Nicht im Stream, nein. Das ist, okay. Das basiert alles auf der Tatsache, dass du, also das sind Sachen, die man als Spieler langsam merkt, glaube ich. Das sind Sachen, die ich als, ähm, die, die man im, im Hintergrund, wenn man im Support sitzt, da irgendwo eher sieht. Leute, die, Leute, die sich melden, weil sie von jemandem, ähm, das war das Letzte. Für mich war das dann einfach der Punkt, wo ich dann auch gesagt hab, das bestätigt nur das, was ich denke. Wir hatten letztens einen Fall, wo Spielerinnen, ich sag jetzt keine Namen, aber ich sag, ich beschreib mal die Situation. Spielerinnen, äh, wurden von einem Spieler belästigt, und die virtuelle Person, die die Spielerinnen verkörpert haben, musste sich gegen ihren Willen entblößen und erniedrigen lassen. What the fuck? Ich bin noch nicht fertig. Und das ist viermal, vier Betroffene gab es da, vier oder drei, drei oder vier. Und keiner von den Betroffenen hat es gemeldet. Und jetzt kommt der Punkt, an dem ich gesagt habe, da bin ich komplett raus, da muss ich komplett weg. Warum haben sie es gemeldet? Weil sie dachten, dass es im Spiel zu lösen wäre. Das heißt, die wurden belästigt, die wurden belästigt, nicht weil der Spielecharakter da ist, sondern weil der Spieler wusste, dass dahinter auch eine Frau sitzt, und er da so einen perfiden, so eine perfide Scheiße durchgeplant hat. Und die dachten, die sind so in diesem Spiel gefangen, die sind so in dieser zweiten Realität gefangen, dass die dachten, das ist für die nur eine Grundlage, dass sie das Ingame als Konsequenz in diesem virtuellen Spieluniversum nutzen können, um gegen die Person vorzugehen. Aber, und keiner hat verstanden, also keiner hat wirklich verstanden, warum, warum ich das scheiße fand. Keiner hat verstanden, dass er hätte zu uns kommen müssen, damit wir die Person ausschalten können, damit wir die Person darunter nehmen können. Keiner hat verstanden, dass das Nicht-Melden dieser Situation nur dazu geführt hat, dass der weitergegangen ist zur nächsten Spielerin und die dann das Gleiche gemacht hat. Immer wieder. Und da sitzt du dann halt und denkst, das sind Leute, die nicht mehr unterscheiden können, was echt und was nicht echt ist. Oder was zu weit geht und was nicht zu weit geht. Leute, die auf einen Server connecten, um ihre sexuelle, um ihre sexuelle perfide Art und Weise irgendwie auszuleben, das ist übelst, übelst widerlich, Alter. Also es gibt Leute, die tun so, als wären sie schwanger da. Die spielen eine Schwangerschaft aus. Und dann, und das Problem ist, ich erklär's mal kurz, warum das problematisch ist, weil du eine Schwangerschaft nur auf eine Art und Weise bei uns enden kannst, weil du das Kind nicht ersehen kannst. Das ist dann immer der Tod des Kindes. Immer. Und das ist halt, das geht alles zu weit. alles. Jede einzelne perfide Art und Weise, sich da darüber irgendwie dann in diesem Videospiel auseinanderzusetzen, das geht alles zu weit. Alles. Jedes Mal. Und dann lässt du's einfach, Bruder. Dann bist du da raus, Ja, ja, genau, genau. Also da spiel ich lieber ein bisschen Fortnite, ich mach YouTube-Videos. Ja, da machst du, da bist du eigentlich schon, wie viel Fortnite-Tänze kannst du eigentlich? Hä? Zahnseide im Sitzen. Aber ich bin nicht so der Tänzer. Ja, aber nur um das mal zu erklären, das ist sehr, ich, ich verstehe auch, dass Leute das teilweise sehen wollen. Ich würde jetzt auch nicht sagen, dass ich mich, ich mich selber dazu, dass ich auf so, dass mir sowas passieren würde. Aber allein die Tatsache, dass sowas um mich rum passiert, auf diesem, auf diesem Server, ist faktisch einfach ab. Und da bin ich bei dir. Dann würde ich auch lieber Fortnite spielen, ehrlich gesagt. Ja, und YouTube machen. Ja, und YouTube machen. Aber, ähm, ja, das habe ich dann einfach sein lassen. So, das ist, Bruder, es ist, das ist, also, ja, ja, genau. Roleplay, das hört sich, ja, also, dass es dann so extrem ist, hätte ich auch, also. Es gibt, man darf natürlich nicht generalisieren. Wäre ich nicht auf die Idee draufgekommen. Man muss, man muss aufpassen, dass man nicht anfängt zu sagen, alle sind so. Das ist nicht der Fall. Aber leider ist eine nicht weg zu diskutierende Minderheit, ähm, da, die einfach zu weit geht. Einfach sagen, die einfach Sachen ausspielt, die sie, die man, die, und da geht's gar nicht darum, oh ja, das ist ein Videospiel und da soll man machen, was wir wollen. Ja, ja, aber Bruder, ein bisschen, ein bisschen gucken, ein bisschen gucken so, ein bisschen gucken, da sind Menschen hinter dem Charakter, die das, die vielleicht das nicht so verstehen, Alter. Mhm, auf jeden Fall. Das ist so. Es gibt halt auch immer, sag ich mal, ähm, so zwei verschiedene Arten von Menschen, ne? Also, die einen, die sind immer so reflektierend und die anderen so absorbierend. Ja? Ich hab das bei mir beispielsweise auch mit Serien. Ähm. Du guckst halt zum Einschlafen immer deine CIS-Serie, ne? Ja, manche Serien guck ich mir halt auch nicht an. Das ist mir einfach zu gestört, so. Ne? Weil ich, ich bin so ein absorbiertyp, glaub ich, nicht so ein reflektiertyp. Hm. Und ich glaube, auf dem GTA-RP-Server könnte das auch wirklich gut nach hinten losgehen. Ja. Also, ich kann das nur, ähm, also, um das vielleicht mal jetzt hier zu erklären, ähm, das ist, Uff. Uff. Schwierig. Wie lange hast du, wie lange hast du GTA-RP gemacht? Insgesamt? Ein Jahr. Hm. Ich denke, ein Jahr. Ja. Äh, ist auch mit eines der erfolgreichsten Projekte, äh, mit einem der erfolgreichsten Projekte, die der Kanal hier hat. So, also, ich würde sagen, damit hatte ich am meisten Zuschauer. Hatte ich dann aber gelassen. etwas länger? Ich würde jetzt sagen, ein Jahr, fast zwei? Wait a minute, nee. Stimmt, Alter, sind zwei Jahre. Mein Server läuft ja schon ein Jahr. Vergiss es. Die Zeit, die vergeht, ne? Es sind fucking zwei Jahre, die haben echt, die Leute sind, es ist, äh, es sind zwei Jahre. Ähm, ich, ähm, ich denke, äh, ich denke, das ist, Uff, fast zwei Jahre. Anderthalb. Heftig. Es, äh, ist eine, ganz, eine ganze Weile, so. Und, das ist der Punkt, den ich auch dazu sagen will, durch die Aufmerksamkeit, die solche Modifikationen durch Streamer bekommen, wird eine Zielgruppe auf dieses Spiel aufmerksam, die im Rahmen der Erklärung, die ich gerade gemacht hätte, hätte nie, hätte sowas sehen dürfen, nie hätte sowas spielen dürfen. Und das macht das Universum irgendwie kaputt. Ja, wenn, es ist natürlich schön, auf dem vollen Server zu spielen, aber manche Leute sollten das einfach nicht. Manche Leute sind einfach nicht in der Lage, das zu tun. Sollten das einfach nicht und hätten nicht, und hätten das nie entdecken können. Und das ist die Verantwortung, die Leute haben, die durch Reichweite auf sowas aufmerksam machen. Und, ähm, das war damals bei Altes so, das ging dann einfach immer noch ein Bach runter und dann hat man einfach aufgehört so. Und ich hab irgendwann mal im Stream gesagt, ich hab mich bei allen Altes-Appellern entschuldigt, dafür, dass ich durch die Aufmerksamkeit, die ich, äh, auf den, auf den Server, auf die, auf die Modifikation mitgebracht habe, äh, dass ich denen die Experience genommen hab, weil alle, weil allen möglichen Zwölfjährigen auf einmal den Scheiß gespielt haben und da durch die Gegend gelaufen sind und gedacht haben, sie sind der Boss. Ist ja scheiße. Ähm. Na, ich denke auch einfach, ähm, bei GTA RP ist es nochmal einfach vom Bewusstsein her, wie du diesen Charakter spielst oder wie du ihn sprichst oder wie du da mit deinen Gedanken herangehst. Etwas ganz anderes, als wenn du jetzt einfach in, äh, äh, Kinder digital ermordest, so quasi. Weißt du, was ich meine? Ja, 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 das sind aber zwei unterschiedliche Sachen. Genau. GTA RP ist da einfach, was das angeht, durch diese Person, durch diesen Charakter, durch die Dialoge, die du dann auch mit den anderen führst, sehr, sehr heftig. Ich glaube auch, also das, und das ist der Punkt, wo ich wieder zu diesen Partnersachen komme, es wurden so viele Kanäle dadurch, dadurch, ähm, ähm, dadurch gepartnert. Manchmal, ich hab letztens, was hab ich letztens getwittert, Bruder? Warte mal, ich hab letztens was getwittert. Was hast du wieder getwittert? Hör auf. Warte. Ich hab so ein Bild von mir gemacht, ähm, wo ich drah saß und sage, jeder durch RP gepartnerte Twitch-Kanal stirbt, change my mind. Ähm, und damit will ich, wollte ich sagen, oder darauf andeuten, dass die, dass das Alleinstellungsmerkmal, sobald dein Twitch-Kanal mit einem bestimmten Spiel, Grüße gehen raus an Tama übrigens, mit einem bestimmten Spiel, ähm, ähm, äh, sobald es mit einem Hype nach oben geht, dass wenn das Spiel weg ist, dass du dich vor der Konsequenz siehst, dass es vorbei ist. Glaubst du, um das jetzt mal weiterzuführen, glaubst du, wenn Fortnite, wenn du, also, glaubst du, wenn du aufhören würdest mit Fortnite, ähm, ähm, wenn du aufhören würdest mit dem Spiel, dass es dann vorbei wäre? Also, was heißt, äh, was heißt bei dir, es wäre vorbei? Vorbei ist, dass deine, dass die Reichweite oder deine Viewerschaft beziehungsweise der Support aus deiner Zuschauerschaft nicht mehr ausreichen würde, um deine Rechnung zu bezahlen und du dir wieder einen ... Nee, 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 das nicht. Glaubst du nicht? Nee. Nee. Warum glaubst du das nicht? Weil ich meine Zahlen kenne. Okay, äh, andere Frage. Mhm. Wann hast du das letzte Mal nicht Fortnite gespielt? Mhm. Bevor ich krank war, kurz ein bisschen Black Ops 4 und davor, glaub ich, God of War. Okay. Du hast also Black Ops 4 und God of War gespielt, ja? Mhm. Ähm, hast du das mehrere Streams gemacht? Mhm, ja. Mal ab und zu mit Black Ops gestartet, dann, ähm, ähm, nach Fortnite ein bisschen, äh, God of War gebracht. Okay. Ähm, oh Gott, weißt du, wie lange das her ist? Müsste so ein, zwei Monate beides her sein. Eins, zwei Monate, Bruder. Ja, ich war ja jetzt drei Wochen erstmal weg. Ich war ja zwei Wochen krank. Dann war ich in Berlin. Ja. Dann hat er mein PC-Faxen gemacht. So, da war nicht viel mit, äh, mit Stream und so weiter. Ich mach mal eine kurze Rechnung, ja? Ja. Äh, mit Fortnite hast du durchschnittlich 1931 Zuschauer. Mhm. mit Black Ops hast du 500. Ja. Das kann sein, vielleicht ein bisschen mehr. Und die Frage, die ich hatte, die Frage, die ich hatte, ist, was passiert, glaubst du, was passiert, wenn du, wenn du, wenn dein Stream das Game rapide ändern muss, aus Gründen, die dir nicht geläufig sind? Mhm. Und im Zusammenhang mit deiner, mit deiner, mit deiner Entscheidung, das als Business zu machen. Genau. Ja? Also, ich würde, ich, also, ich glaube, dass das ein entscheidender, äh, Punkt ist, über den man, also, das ist krass. Also, ich glaube nicht, dass einfach so gesagt werden kann, wenn das weg ist, ist es weg, äh, dann geht's einfach weiter. Mhm. Also. Und wenn du das denkst, dann wieso? Weil ich sozusagen, es, es gab ein, es gab einen krassen Umschwung bei mir. Mhm. Da muss ich ein bisschen, da muss ich ein bisschen ausholen. Mach mal. Ähm. Als ich mich dazu entschieden habe, im letzten Jahr November, Vollzeit, YouTube und Twitch zu betreiben. Ja. Wo ich gesagt habe, ich streame jetzt regelmäßig und ich mache jetzt regelmäßig YouTube-Videos. Ja. Davor hatte ich, ähm, davor hatte ich beispielsweise noch eine Bar. Ich weiß. Du hast mir auch deine Top 3 Wie betrügt dich der Barmann am besten? Tipps genannt. Ja. Ich erinnere mich. Und ich hätte, ich hätte, ich hätte das nicht aufgegeben, hätte ich nicht, sag ich mal schon, durch Sponsorships andere Firmen absehbar könnten, also in die Zukunft blicken, dass ich davon safe ein, zwei Jahre leben kann. Okay? Ja. Ja. Was müsste sich ändern, damit der, also, was müsste sich ändern, damit das nicht mehr so ist? Was müsste sich ändern, damit ich davon nicht mehr leben könnte? Ja, genau. Also du müsstest, was, was wäre der, der Punkt, an dem du sagen würdest, äh, Bruder muss bar. Bruder muss bar wäre, was weiß ich, also dann nur noch, nur noch 300, 400 Zuschauer, nur noch statt 3000 Subs, nur noch 500 und Firmen brechen weg. So. Weil die Firmen, das ist ja auch nochmal was Interessantes, sind ja das eigentliche, sag ich mal, also für mich jetzt, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, ne, aber wenn ich beispielsweise jetzt meinen Stream anmache, ne, oder Ende des Monats, dann hast du eine gewisse Anzahl von Subs, aber die variiert immer. Deine Zuschauer variieren auch jeden Monat. Du kannst jetzt in diesem Monat 2000 Zuschauer haben, im nächsten Monat nur noch 1000 und im übernächsten 3000. Ja. Aber darauf kannst du doch nicht verlassen, dass du davon deine Sachen bezahlst. Ja. Das geht doch. So. Deswegen musst du doch am Ende des Monats allein, sag ich mal, vom Fixum schon safe sein, dass du deine Sachen bezahlst. Alle. Ja. Und wenn du das geschafft hast, dann gehst du auch anders an deinen Stream ran. Und dann streamst du auch wieder gerne. Ich hab den Scheiß ja angefangen, weil ich die Live-Interaktion und das Ganze dahinter richtig feiere. Ich liebe Streaming. Ja. Ähm. Okay, also bezagst du, ich seh das, du hast eine Frage gestellt und zwar, bei mir ist das auch. Bei mir ist das auch so. Also ich habe, ich, ähm, ähm, kompensiere durch meine Sponsorships nicht, also, oder bei mir ist das ein bisschen anders, bei mir ist das ähnlich. Meine Sponsorships kompensieren meinen Donation-Button. Komplett. Also ich hab keinen Donation-Button, weil ich gesagt hab, nee, sobald Sponsorships da sind, nehm ich den raus und, ähm, und, ähm, bin, bin dann, verlasse mich darauf, ja. Und durch diese fixen Einnahmen, das seh ich wie du, durch fixe Einnahmen kann ich ganz einfach sagen, ähm, dass ich, ich weiß, womit ich rechnen kann, äh, wenn jetzt nächste Woche keiner mehr subscribieren würde oder, äh, Twitch Prime äh, geht bankrott oder so, dann, äh, dann, ähm, hätte ich immer noch was, worauf ich mich hundertprozentig verlassen kann, weil es halt feste Verzeuge gibt. Und das, und das ist wichtig. Ja. So, weil sonst auch generell, also, mit, du, du machst ja schon deinen Streamen dann schon auch verkrampft an, finde ich. Also, da hätte ich diesen Gedanken, äh, oh, ich muss jetzt streamen, weil, äh, Kühlschrank sonst leer und Miete und, äh, Versicherung und alles, was dazu kommt. Ja. Also, das wäre, das wäre ja eine reine Katastrophe. Da hätte ich gar nicht den Schritt gewagt, da hätte ich gar nicht diesen Schritt gewagt und da sind so viele, so viele, wirklich, in, wie soll ich sagen, also, die sind da sehr, 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 sehr stark geblendet. Geblendete Schwarz? Geblendet durch vielleicht andere große Streamer, vielleicht andere große Zahlen, dass sie sagen, ey, ich kündige jetzt meinen Job, ich werfe mein Studium hin und dann mache ich erst mal Fullstreaming und bei denen heißt Fullstreaming, ähm, dreimal die Woche, ne, für drei Stunden und, äh, ein YouTube-Video in der Woche. So. Das ist, das ist, das ist ein hartes Eisen. So. Ich hab letztens wieder mit einem Stream, ich hab natürlich auch, sag ich mal, so einzelnen Leuten, konnte ich natürlich auch in meinem Fortnite-Bereich, die ich sehr mochte, sehr, sehr helfen und, ähm, da hab ich wieder letztens mit, mit jemandem geredet, der hatte einfach kein, der hatte einfach keine Lust mehr, so regelmäßig zu streamen. Da hast du einen Tweet drüber gemacht, glaube ich, ne? Da hab ich einen Tweet drüber gemacht. Da hab ich ihm, da hab ich zu ihm gesagt, dann stell dir doch einfach mal vor, dass du morgen, statt zu streamen, auf die Baustelle gehst und da einfach richtig mal losst. So. Und dann ist er nächsten Tag sofort online gekommen. Das ist ziemlich interessant. So. Die Leute, sag ich mal, viele Streamer-Kollegen, die vergessen auch so ein bisschen, auch so ein bisschen den Fleiß dahinter, glaube ich, ne? Den Fleiß dahinter, dass du dich auch immer wieder ein bisschen, ja sag ich mal, verändern musst. Du musst kreativ sein, du musst deinen Stream weiter nach vorne bringen und das, das, das ist kein Hamsterrad einfach. Es ist ein Hamsterrad, aber du musst die ganze Zeit treten. Ja. Also du musst die ganze Zeit treten. Treten. Rennen. Du musst laufen. Du musst direkt loslaufen. Ja, das ist absolut richtig. Ich, du hast gesagt, du glaubst also, dass viele Leute den Eindruck haben, dass das easy money ist. durchaus. Durchaus. Ja, Stream an, Donation-Button drunter, Feuer frei. Ja. So nach dem Motto. Ich sag mal, auch Donation-Button, also das, so Donation-Button, bei mir war es so, in der Anfangszeit, bis, sag ich mal, letzten Jahresende, sogar bis zum Ende des Jahres. Da war es wirklich so, da hatte ich oft Donation-Goals einfach auch drin, um sozusagen mir von den Donation-Goals Equipment zu kaufen. Weil ich es bis zu diesem Zeitpunkt nicht anders hinbekommen habe. Ja. Und das war auch, ehrlich gesagt, ein schönes Gefühl, sag ich mal, weil die Community war kleiner, es war familiärer und, ähm, dann sozusagen, hast du dir das davon gekauft, die Leute haben das gesehen im Stream und es ging weiter nach vorne. Da hast du dir ein neues Mischpult gekauft, eine neue Kamera, ein neues Mikrofon, einen dritten Monitor. Und, ja, ich bin sowieso der festen Überzeugung, dass, ähm, größere Streamer auch nicht so viele Spenden bekommen, wie jetzt ein etwas kleineres Streamer, weil das bei denen immer noch so ein bisschen familiärer ist. Bist du da auch der Meinung? Ich kann leider, also aus eigener Erfahrung kann ich das nicht sagen, weil ich nehme keine mehr an, seit Jahren tatsächlich, ähm, aber, Was mit Bits? Gar nicht. Auch nicht. Auch nicht? Geht nicht. Ähm, ähm, also du sagst, kleinere Streamer haben aufgrund der, des engeren Kontaktes zu den Leuten, die sie schauen, potenziell eine größere, mehr Spenden. ähm, interessant. So war es auch bei mir. So war es auch bei mir. Ja. Als ich PUBG gestreamt hab, mit 20, 30, 40 Zuschauern, da waren dann, was weiß ich, zwischen fünf und zehn Leuten, die gespendet haben, aber das war eher, sag ich mal, auch vom Chat her, ja schon fast ein Dialog mit den Leuten, ne, weil man, weil man dann auch, sag ich mal, dann haben die gefragt über, äh, das Donation Goal und so weiter und dann hat man das erklärt, dann haben die noch was reingeworfen und das hat den Stream, sag ich mal, sag ich mal, in einer kleinen Truppe noch weiter vorangebracht. Also ich, und wenn du, und wenn du dann, sag ich mal, wenn's dann hochgeht, von Zuschauerzahlen und so weiter, dann wird das einfach vom familiären Ding ziemlich kompliziert. Ich weiß nicht, mit, was würdest du sagen, könntest du das einschätzen, mit wie vielen Leuten du aus deinem Stream, wenn der Stream off ist, mit wie vielen Leuten du dich da auch unterhältst oder unter, so? Mit gar keinem. Wie, mit gar keinem? Mit keinem. Ach, Quatsch. Das glaub ich dir nicht. Ich unterhalte mich mit keinen Leuten nach meinem Stream ungeruss. Ich habe, ich, also du willst, warte mal, die Frage war, auch mit Mots und sowas? Du hast doch Mots und sowas. Ja, das schon, aber das ist für mich kein aktiver Bestandteil des Streams, weil die halt wesentlich weniger Zeit im Chat verbringen. Du willst jetzt wissen, mit welchen Leuten ich hier Kontakt habe in meinem Stream, also die aktiv am Stream teilnehmen nach meinem Stream? Ja, mit wem du dich zum Beispiel, hast du da noch so, sag ich mal, einfach ein familiäres Ding? Nee. Was weiß ich? Gar nicht. Nee, gar nicht. Aber mit den Mods? Naja, den schreibe ich halt, ey, ihr Wichser, macht mal besser. Und das war's? Ja. Das klingt jetzt, also, warte mal. Also, es gibt natürlich ausgewählte Leute, die ich von dieser Plattform kenne, mit denen ich, mit denen ich Kontakt habe. Aber das ist kein aktiver Teil meines Streams. Das sind, das sind teilweise Leute, die ganz irgendwann mal dabei waren und irgendwie nicht. Warte mal, die ganz irgendwann mal dabei waren, bedeutet doch dann auch irgendwo, dass sie zu deiner Community zählen. Ich sag, ich ... Auch wenn Community ein heftiges Wort ist. Nee, die gucken ja meinen Stream nicht mehr. Hä? Ja. Ich versuch's mal zu beschreiben. Also, ich kenne Leute über, ich kenne Leute, die diese Plattform genutzt haben, die mich dadurch kennengelernt haben, dass sie diesen Stream geschaut haben. Aber, es gibt Situationen, in denen sie durch einfach die Tatsache, dass die nicht mehr gucken, was ich an Content mache, und das ist vollkommen in Ordnung, einfach nicht sagen, ey, ich guck den Stream nicht mehr, weil du bist Knecht oder so. Und trotzdem hab ich mit denen Kontakt, weil das auf persönlicher Ebene ein ganz anderes Ding ist. So, wenn du mit denen, wenn du mit denen schreibst, ja, dann ist das halt, oder wenn du mit denen Kontakt hast oder bist irgendwo in einem Voice, dann ist das, dann hat das nichts mit der ersten Aussage, die ich gerade vermute, von wegen du bist ein Knecht oder so, zu tun, sondern das sind einfach Leute, die ich kennengelernt habe, die ich korrekt finde und das ist gut. Aber selbst aus dem Stream raus, also selbst mit Leuten, die aktuell in meinem Stream sind, null Kontakt, überhaupt nicht. Und ich unterbinde das auch so. Ich sag nicht, ich bin mehr wert als ihr, oder ich, da gibt's ja diesen, hast du den Clip gesehen? Den TwitchCon-Clip? Es gab ein Panel auf der TwitchCon, wo ein Streamer mit 40 Zuschauern oder so, saß und gesagt hat, er hat keinen, er hat keinen Kontakt mit den Leuten, weil er, weil er mehr wert ist oder weil er besser ist. hat er nicht gesagt. Doch, hat er. Und war richtig rumgegangen, war übelst, übelst kritisch. Ganz, ganz, hat ganz schnell seine Karriere zerstört. Aber, ich habe halt, das war ziemlich familiär bei dem, da kamen auch Spenden rein bei wenigen Leuten, aber dann nicht mehr, ne? Äh, nee, der, ähm, das war aber ganz kritisch so. Ähm, der hat halt richtig, der hat halt richtig verkackt. Aber, Heftig. Aber, Also, also wieder, da sind wir, äh, ja, ist, der ist bestimmt auch Twitch-Partner oder so, aber ich sag da jetzt nichts drüber. Nee, nee, nee. Aber das ist halt selbst, dass ich halt in den Nestern gesetzt, um auf den Punkt zurückzukommen. Mhm. Ich, ich, ähm, hab einfach aus Erfahrung mehr oder weniger gelernt, so. Hast du schon mal eine Nachricht bekommen, wo dir jemand gesagt hat, wenn dein Content nicht so wär wie er wär, würde er sich umbringen? Bitte? Ja, hast du schon mal eine Nachricht bekommen, äh, von jemandem, der sich so sehr mit deinem Content identifiziert, dass er, dass er sagt, wenn es, dass es ihm richtig schlecht geht, wenn du nicht streamst? Ja. Und das sind Nachrichten, die dich in eine emotionale Abhängigkeit drücken wollen. Das sind Leute, die die Plattform falsch verstehen, die sagen, du, natürlich lernen dich Leute kennen, weil du streamst, aber das ist eine Einbahnstraße, denn du kannst sie nicht kennenlernen. Dass ich, ich sage immer mal, ich sage immer mal, das ist eine, ich sage, in Anführungsstrichen immer, ihr seid nur Text, weil genau das ist das für mich. Ich kann mir vorstellen, dass hinter der Person, hinter dem Text jemand ist, der ganz normal ist, oder so. Okay, warte mal. Stay. Was? Du warst doch auch auf der Gamescom. Ja. Da waren doch auch bestimmt Leute aus deinem Chat da, oder nicht? Die sind zu dir gekommen, meinten, ich bin der und der, Subscriber schon seit 40 Monaten, oder seit 70, wie lange? Wie wenig bis gar nicht. Die Leute trauen sich nicht, mich anzusprechen, weil sie denken, ich bin der übelste Vernichter und wenn sie vor mir stehen, werden sie jetzt gelöscht. Och. Das ist kein Witz. Ich denke mir das nicht aus. Das ist wirklich so. Stason, lieber. Also, ich bin, ich bin, ähm, ja, ich habe da Leute getroffen. Ja, klar. Ja. Aber darum geht es gar nicht. Aber sprich weiter. Und was? Also, was ich zum Beispiel bei der Gamescom eigentlich relativ cool und nice fand, war einfach, dass da dann Leute auf mich zukamen, die ich dann halt auch vom Chat wiedererkannt habe, vom Namen her, also von nur Text, ne? Die haben dann gesagt, ey, ich bin der und der und jetzt habe ich es so, wenn diese Person im Chat schreibt, dann habe sogar ich ein Bild, ne, ein Gesicht vor mir. Ja, das ist cool. Und ich finde das voll angenehm. Also, ich finde das jetzt nicht schlimm oder so. Ja, ähm, ich verstehe das. Bei mir ist der Gedankengang aber auch ein wenig anders, weil ich Menschen grundsätzlich von vornherein nicht leiden kann. Also, das klingt jetzt, ja, okay. Also, ich, es klingt, das klingt jetzt vielleicht hart, aber, ähm, es gibt so viele, es, also potenziell, bis, potenziell könnte es sein, dass ich dich, dass ich dich nicht leiden kann, so. Und, äh, wenn ich mit der Einstellung daran rangehe, oder wenn man mit der, mit der Einstellung daran geht, dann, ähm, macht man sich keine falschen Vorstellungen oder sowas und, 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 keine Ahnung. Ich hab auch schon sehr, ich hab auch schon sehr merkwürdige Leute getroffen, die sehr komische Aussagen getätigt haben. Und, ähm, deswegen, ähm, deswegen verkörpere ich das auch. Also, ich sage nicht, ich bin besser als ihr oder ich bin besser als das oder ich bin besser als der, sondern ich sage, ich möchte ganz klar machen, dass ihr denkt, ihr kennt mich, ihr glaubt, ihr wisst, was ich denke und ihr glaubt, ihr wisst, wie ich bin. Aber wenn ich diesen Stream ausmache, wenn ich diesen Stream ausmache, dann habt ihr keine Ahnung mehr, was los ist. So gar nicht. Überhaupt nicht. Und ihr solltet nie auf die Idee kommen, dass das so ist. Weil wir haben hier keine Freundschaft oder sowas. Das hier, was ihr seht, ist eine Einbahnstraße. Ich drück mich hier aus und es ist cool, dass ihr das feiert und es ist wirklich nice, dass ihr das, dass ihr das supportet, ob das so ein Sub ist oder was auch immer. Aber danach ist Schluss. Komplett Schluss. So sehe ich das. Heftig. Ja, aber ich hab daraus gelernt. Wenn du, wenn du mal solche Nachrichten, wenn du solche Nachrichten bekommst, die, die dich, die dir sagen, oh, du hast heute nicht gestreamt und mir geht's deswegen total scheiße oder, oh ja, und ich hab letztens drüber nachgedacht, ich bring mich um und dann hast du meinen Tag besser gemacht. Das ist halt, das ist eine emotional Abhängigkeit, in der du dich nicht befinden willst. und das geht einfach gar nicht, weil ich kann nicht, ich kann das gar nicht, ich kann das gar nicht verarbeiten. Wie soll ich das machen? Ja, wie soll ich das machen? Wie? Wie soll ich, wie soll ich mich da einbringen? Es gibt, wenn ich jetzt in meinen Chat gucke, ich weiß nicht, wie viele Leute hier drin sind, aber sagen wir mal, es sind 2000 Leute hier drin. Wie soll ich, wie sollen 2000 Leute ihre Gedanken, Empfindungen und sowas mit mir teilen? Vielleicht sind es nicht 2000, vielleicht sind es nur 100. 100 Leute, die das mit dir teilen wollen. Nee, Bruder. Nee, Leute. Das geht halt auch nicht. Ja, das kannst du nicht, das kannst du nicht machen so. So, das kann ich einfach nicht umsetzen und jo, darum, bis, bis dieser, bis dieser Stream kommt, man kann mir nicht donaten, ich, ich kompensiere das alles über Subscription, ich freue mich über jeden Sub, ich, ich ziehe mein Ding im Stream durch, ich, ich mache das, soweit es geht und danach hört das auf persönlicher Ebene auf. Komplett. Er lässt sich nicht auf, ich lese das mal vor, weil das sehr interessant ist, ne? Er lässt sich nicht auf die Community ein und will auch nichts mit ihr zu tun haben, ergo, die Community ist für einen Melkuh-Respekt. Nee, die Community ist erstmal keine Community für mich, sondern der Grund, warum ich Community nicht sage, echt die 71 ist, weil Community impliziert, dass du eine emotionale Abhängigkeit zueinander hast und das habe ich nicht, denn ihr seid Zuschauer oder die Leute sind Zuschauer und wenn man Zuschauer ist, hat man die Möglichkeit, von heute auf morgen das Entertainment zu wechseln. Du wechselst den Kanal und du bist nie mehr da. Schlussendlich ist das deine freie Entscheidung. Ihr seid keine verfickte Währung und ihr solltet niemals an irgendwen gebunden sein. Wenn ihr euch darauf einlasst, weil ihr das wollt, dann ist das alright. Wenn ihr das nicht wollt oder wenn ihr das nicht könnt oder wenn irgendwas da nicht stimmt, dann habt ihr immer die Möglichkeit, den Kanal zu wechseln. Ihr habt immer die Möglichkeit, zu sagen, ich möchte das hier nicht mehr, ich gucke etwas anderes. Ihr habt immer die Möglichkeit, da rauszugehen. und ich finde Community ist für mich ein Unwort und ich werde mich dazu nicht ... Ich verstehe, was Leute damit meinen und es ist schön, dass sie das nutzen. Für mich sind das Zuschauer, die in dem Moment, an dem Tag, an dem ich hier bin, cool finden, was ich mache. Und das ist okay. Das muss ich sagen, da hast du eine echt, echt, echt heftige Einstellung. Ja, das ist eine besondere Einstellung, weil 99,9999 Prozent, 9,999 sagen, oh, meine Community, we are family. Bruder, nee, bei mir nicht. Wie ist das bei dir? Du hast gesagt, sind ... Andere Frage. Sind die Leute, sind die Leute, die du am Anfang da hattest, immer noch da? Also ich sag mal, von dem ersten Tag und tatsächlich weiß ich das auch, ne, von dem ersten Tag, wo ich Twitch-Partner geworden bin und den Subscriber-Link bekommen hab, sind von diesen 100 Subs bis heute jetzt noch fünf geblieben. Von den ganz am Anfang? Von den ganz am Anfang, von den 100 Subs, die da waren, sind fünf geblieben. Ja. So. Hast du denn mit den Leuten nach dem Stream noch Kontakt? Ich hab mit meinen Mods Kontakt auf dem Discord, das schreib ich manchmal, so. Oder wenn da irgendwas ist. Oder geh auch mal kurz in die Mod-Besprechung rein. Du hast eine Mod-Besprechung? Ja, klar. Wie, was wird denn da so gesagt? Da wird wichtige Sachen besprochen, wie es weitergeht mit dem Fortnite-Content. Okay. So eine Krisensitzung, wie so ein, wie so ein, wie so ein, die Tafelrunde. Tafelrunde. Ich sitz da mit dem Hammer. Okay. Und dann hau ich einmal drauf, wenn es zu weit geht. Ja. Kein Scheiß. Und tatsächlich, so die fünf Leute, ne, die Subscriber, das ist jetzt zwei Jahre her, aber da bin ich halt auch ein Elefant. Also die weiß ich jetzt auch zum Beispiel mit Twitch-Namen. Ja. So. Und die gehen halt auch nicht mehr raus. So. Das war, ich weiß das halt zu schätzen. Weißt du noch, wer dein erster Sub war? Nee. Aber ich weiß jetzt nach dieser langen Zeit, wer jetzt immer noch dabei ist. Ah. So. Und ich schätze sehr diese, ja, Treue. Kann man das sagen? Ja. Du, ich hab mal, ich guck ja bei dir auch immer mal rein und ich finde, ähm, du wertschätzt das auch sehr intensiv, wenn du siehst, dass die Leute schon sehr lange Sub sind, also schon sehr lange dabei sind. Ja. Also sehr, oh, du bist schon, boah, von Anfang an dabei, Bruder, Feuer und so. Ja. Ja. Also das finde ich, das finde ich sehr wichtig. Sag ich mal einfach, weil, mhm, gerade dieses langfristige, ne, so, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, ne, mhm, aber ich würde da, also ich werde da auch immer drauf achten, so. Ja. Also ich weiß noch, wie mein erster Sub heißt. Tatsächlich. Barbeku war das. Mhm. Der ist nicht mehr dabei. Okay. Aber, äh, der hat mir, der hat mir, bevor er gegangen ist, ne ganz lange Nachricht geschrieben, wo er gesagt hat, warum und so. Und, ähm, das ist okay. Äh, das ist vollkommen in Ordnung. Also das ist so, wie so, ich geh da relativ entspannt mit um. Also wenn Leute mir sagen, weißt du was, weißt du was, auch jetzt, das ist doch wieder was sehr, sehr Geiles. Mhm. Also das ist was sehr, sehr Interessantes, um wieder, sag ich mal, auf deinen Punkt zurückzukommen, mit der emotionalen Bindung, mhm, der Zuschauer, wenn ich mir überlege, wie viele Leute, also von den, von den PUBG-Leuten, weil viele Leute sind für mich immer noch, viele Leute sind immer noch für mich 20, 30 Stück. Ja. Das sind, weil ich stelle mir das auch wirklich manchmal bildlich einfach vor, wie da 20, 30 Menschen sozusagen hinter der Kamera sitzen und sich meinen Stream grad geben. Und als der Fortnite-Hype anfing und ich YouTube gemacht habe und das ging durch die Decke von den Zahlen her und ist größer geworden, ne, dann ist von 50 Zuschauer auf 300, 500, 700.000. So viele Leute von damals sind einfach weg, weil sie gesagt haben, der Micky, der ist mir jetzt, äh, zu groß, der ist jetzt abgehoben. Oh ja, und ich, ich möchte nichts mehr mit dem zu tun haben und ich unterstütze den noch nicht mehr. Und genau aus diesem Grund, weil ich sozusagen weiß, wie viele Leute das sozusagen auch geschrieben haben oder nicht mehr jetzt im Stream sind, das ist das Erste, was übrigens die Chatnachricht bei mir ist, Micky ist abgehoben, voll unpol, voll scheiß Micky. Ja. Okay, Bruder, was ist los? Äh. Und deswegen schätze ich das umso mehr von Leuten, die seit Anfang an dabei sind. Seit Anfang an. Das finde ich richtig krass. Hattest du den Punkt, du hast diese Sache gerade beschrieben. Ich behaupte ja, es gibt diesen Punkt an dem, also es gibt so ein ganz, so ein, das ist variiert. Es gibt so einen Punkt für einen Streamer, an dem er die Schwelle zum großen Streamer, in Anführungsstrichen, oder zu einem größeren Streamer überschreitet. Und genau dann kommen diese, kommen diese Sachen raus. Also dann kommen Leute, die sagen, die schreiben dir Nachrichten, die sagen, du hast meine Nachricht nicht gelesen. Ja. Äh, jetzt, du hast dich verändert, du bist nicht mehr der Gleiche. Ja. Du, äh, hast aufgehört, äh, dich um uns zu kümmern. Du liest nur noch Donations vor, du liest nur noch Subs vor, du achtest nicht mehr auf die neuen Subs und sowas. Und hattest du, glaubst du auch, dass du diesen Punkt hattest? Und wenn ja, weißt du, wann das war, mit wie vielen Zuschauern? Das, äh, das, also, das hab ich heute noch. Das hab ich von Fortnite. Wann hattest du denn das das erste Mal? Mit wie viel, wo das so war? Äh, also, das, mit Fortnite, wo ich dann, was weiß ich, hab ich eine Woche gestreamt, dann ging's 50 Zuschauer, 100, 150, ging's immer höher. Ja. Dann war immer mal ein paar Nachrichten nicht gelesen. Ja. Dann kam das schon so ein bisschen. Ja. Da hatte ich 1000 Zuschauer, dann wurde das noch extremer. Ja. Ähm, das Geschrei war ganz groß, wo ich einmal, ähm, Custom Games gemacht hab, in Fortnite, da hatte ich 12.000 Zuschauer. Da war ich, äh, für manche Leute, auf einem anderen Planeten auf einem anderen Planeten für ein paar andere. So, und das ist halt, das ist halt wirklich, ich, 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 also wie gesagt, ich hab ja eben gesagt, ich find deine Ansicht, ne, was du sagst, zu dieser emotionalen Bindung, find ich extrem. Ist es. Ich, ich find die wirklich sehr extrem. Ist es, ja. Aber ich bin ja, ich kann die auch irgendwo verstehen, warum du das machst. Ich, ich kann das ja begründen, es ist nicht so einfach, dass ich das sage, ich will das nicht, sondern ich bin ja so geworden. Ja, du bist so geworden. Ich bin, das Internet hat mich dazu gemacht. Ich hoffe nur, dass ich nicht so werde. Mir würde das echt fehlen. Bruder, muss los. Mir würde das echt fehlen, sag ich dir ehrlich. Ja. Weil, du machst das doch auch, sag ich mal, für ein paar Leute, ich würd die echt scheiße vermissen, wenn ich nicht mal umkomme. Ich habe, nochmal, ich habe Leute, die in meinem, in meinem Periode, also die irgendwann mal im Stream waren und mit denen ich Kontakt habe. Aber, das kann ich und will ich auch niemanden anbieten, damit niemand auf die Idee kommt, dass er in irgendeiner Form auf der Basis an mich rantreten kann. Denn es haben Leute versucht und was passiert, wenn privat und beruflich vermischt oder beruflich in Anführungsstrichen was privat mit 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 Stream vermischt wird, das ist sehr unangenehm, Alter. Jetzt eine gute Frage. Ja. Wenn der Stream aus ist, Ja. Was hast du denn persönlich, dass du dich, sag ich mal, so groundest? Ich rede nicht mehr. Wo du, wie du redest nicht mehr. Ich bin, ich rede, ich rede nicht mehr. Ich bin für den Rest des Tages ruhig. Ich, das ist kein Witz. Also, Leute. Ja, also, machst du dann einfach Netflix an oder? Ja. Nein, ich halte einfach die Fresse mal. Das ist das, was die Leute die ganze Zeit im Stream von mir fordern. Stay halt doch mal die Fresse. Nee, ich bin danach einfach mal ruhig. Ich bin einfach mal, ich bin, ich habe dann vier Stunden lang Stream gehabt und habe die ganze Zeit gequatscht und danach bin ich, den Rest des Tages sage ich kein Wort. Okay, aber dann bist du doch zum Beispiel, ich habe das doch gesehen, du bist dann zum Beispiel mit deinen zwei Hunden, oder? Ja. Ja, die streichel ich, die ärgere ich. Die ärgerst du, die streichelst du. Und da kommst du doch auch irgendwie, das ist so ein bisschen dein Ausgleich, oder nicht? So, dann vom Stream, oder? Würdest du das so sagen? Dass du da dich so, dass es dein Ruhepol ist? Äh, also ja, das ist eine, das ist dazugekommen, das ist so mit, das ist dann einfach, das ist einfach mit da und ich meine, die liegen hier gerade hier hinten und zeigen ihren Penis. Wie bitte? Nichts, die Hunde liegen aber auf meiner Couch und mein Großer zeigt immer seinen riesigen Schwengel. Ja, okay, geil. Kann ich nichts machen, ich muss das immer mit dem Stuhl ein bisschen vor. Aber, ähm, äh, ja, das, ich würde jetzt nicht sagen, dass das mein Ausgleich ist. Mhm. Ich bin danach einfach, also, ich streame ja jeden Tag, also ich hab ja keinen Tag Pause fest, sondern ich mach, wenn ich Lust habe, einfach mal nicht. aber ich, ich guck dann, weiß ich nicht. Ich bin dann einfach ruhig. Ich rede den Tag nicht mehr und dann ist es vorbei. Und dann, ähm, beschäftige ich mich mit Sachen, die, die, ähm, bezüglich von Aussagen, die ich getroffen habe, reflektiere, war das zu krass, war das nicht zu krass? Ähm, ziehe ich für mich eine Konsequenz, gucke mir Sachen im Internet an, schaue Streams. Also, ich konsumiere ja danach Twitch direkt weiter. Ich gucke, was bei anderen im Streams los ist, ja, mach mir ein Käffchen. Aber, aber, ähm, ich hab ja auch versucht, das Instagram-Game reinzugehen, aber es hat sich verlaufen so. Was sagst du zu Instagram? Kommst du damit klar? Nee. Wie ist das eigentlich für dich? Leider komm ich mit Instagram nicht klar, weil Instagram, warum nicht? Weil Instagram mich dazu verleitet, private Details zu sharen, die ich nicht sharen will. Ja. Instagram ist halt der private Kicker, die private Social-Media-Plattform, der Kicker, wo die Leute mehr von dir erfahren können. Aber, ich hab ein paar Videos gemacht und schlussendlich hat sich rausgestellt, dass ich eigentlich nur Storys mache, wo ich vorm PC sitze, einen Tweet angucke und darüber lache. Oder ich hab hier sogar so einen Alu-Gut, den ich dabei aufsetze. Um dich zu schützen, oder? Ich hab sogar ne, ich hab sogar ne, ich hab sogar so ein Anti-Cringe-Catnam. Warte, ich muss das kurz aufziehen. Äh, Instagram? Da schreiben dir doch auch bestimmt Leute aus der Community. Äh, sorry, ich musste mein Kettenhemd aufziehen. Äh, was hast du gesagt? Bei Instagram schreiben die doch bestimmt auch Leute, äh, von der Community. Das kannst du ja nicht ausstellen. Äh, ja, tun sie. Schreibst du da zurück? Manchmal? Äh, ich schreibe zurück, lol, oder nee, oder ja. Das war's. Ähm, manchmal, also, manchmal sag ich ja, hallo. Aber das find ich schon sehr gut. dass du dann wie, also, dass du eben so sagst, eigentlich nach dem Stream gar keine, gar keine, gar keine Sache mehr mit, mit, mit der Community. Also, ich lese die Sachen, ich lese die Sachen, ich interagiere ja auch mit Leuten auf Twitter. Also, für mich ist das ja, für mich ist das ja wie Twitter. Die Leute können dann halt schreiben und ich antworte darauf oder antworte nicht darauf. Okay. Ich sitze hier übrigens immer noch mit dem Kettenhemd. Ich muss das jetzt, ähm, ich muss das jetzt wieder ablegen. Außer, du willst noch irgendwas Crenchiges sagen, das ist nicht mein Crenschutz. Okay. Nee, mir fällt grad nichts ein. Gut, Moment. Sieh's kurz aus. Wie ich das so rasch, äh, warte mal laut. So rasch, so ich bin wieder da, sorry. Hast du Snapchat? Snapchat? Nee, nee, hab ich auch nicht. Aber wir haben bald alle Snapchat, so wie ich das, weil ich das letzte TwitchCon mitgekriegt habe. Nee, hab ich nicht. Ah, ehrlich. Ich muss mich erst mal wieder, ich muss erst mal wieder in das, in das Thema reinzünden. Also das, das wäre mir zum Beispiel, also das wäre genau die Schwelle, die ich niemals überschreiten würde. Welche? Snapchat. Ich würde niemals Snapchat haben. Niemals. Warum? Niemals. Ist Instagram nicht das Gleiche? Nee, ist nicht das Gleiche. Warum? Weil Snapchat schon wieder in Richtung, äh, für mich Richtung Tinder geht. Na, da kann ich gar nichts anfangen. Ich bin groß geworden. Snapchat geht in Richtung Tinder? Ja. Katastrophe, also so in meinem Kopf. Ne, ich bin groß geworden mit, äh, SchülerVZ, MSN, ICQ und solche Sachen. Da Snapchat, da bin ich raus. Snapchat geht in Richtung Tinder? Warte mal, ich muss mich erst mal anmelden, Bruder. Nee, krass, ich dachte, ich dachte, Instagram hat Snapchat einfach dreist kopiert. Mein Gott, Moment, Dieter Bohlen macht gerade ein neues Tagesschau-Video. Okay, ist nicht so relevant, Moment. Ich folge dem auf Twitter, Instagram, weil der, Dieters Tagesschau Main, der, mein Gott, da weißt du auch nicht, was los ist, Bruder. Ähm. Ach, nee, warte mal, wusste ich gar nicht. Wieso? Ja, ich finde Snapchat zu toll. Okay. Finde ich zu heftig. Also, ich glaube, auf Instagram kannst du mittlerweile das Gleiche machen. Ja, aber einfach so vom, von der App her, vom Image her, finde ich Snapchat zu toll. So. Ich habe gar nicht über das Image nachgedacht, ehrlich gesagt. Ja, doch, ich schon. Snapchat ist zu viel. Das war's. Lass mal, ähm, ich habe noch ein paar Themen, wo ich sagen würde, lass mal ein paar Leute triggern. Ja? Gut, ja, ja, okay, gut, ja. Ich, lass sie mal so langsam mit einflechten. Mhm. Ähm. Puh. Oh. Das ist schwierig jetzt. Äh, wie siehst du das denn? Warst du, warst ja, warst du auf der Gamescom? Mhm. Wir haben uns nicht gesehen, ne? Doch, haben wir. Ich wollte auch ein Foto mit dir machen, obwohl du es kannst mit mir machen. Zu Recht. Ähm, und, und, wie war das für dich? Also, ich habe auch direkt, also, ich bin sofort in die Twitch-Partner-Lounge, ne? Warte mal, da bist du reingekommen? Ja, und ich bin direkt reingerannt, erst mal. Ja. Dann habe ich geschrieben, stay, 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 können wir ein Foto machen? Ja. Also in der Partner-Lounge, und das hat mir, sag ich mal, einfach von, äh, ja, Bleed Purple und so, weißt du, es hat mir was gegeben einfach, dass in der Partner-Lounge ich da Fotos mit dir machen konnte, stay. Ich fand das einfach geil, ne? So ein familiäres Ding. Ich, ähm, ja, ja, 100 Prozent. Also, ach, Bruder, so Community-mäßig einfach. Genau. Ja, klar, eine Gemeinschaft. Ne, ne, jetzt nochmal, wie war denn die Gamescom für dich? Also es war ja meine allererste, sag ich mal, Gamescom, wo ich schon ein bisschen größer war. Davor war ich ja auch auf der Gamescom. Da war ich auch schon Twitch-Partner. Ich glaube, da hatte ich 12k Follower, hab PUBG, wie gesagt, gestreamt. Und nur der Unterschied von der, von der Gamescom, nur Twitch, ja, nennen wir nur die Twitch-Leute, Partner, Affiliate, et cetera. Der Unterschied zwischen dem Jahr 2017 und 2018 war ja schon, also das war, das ist ja krass. Was meinst du genau? Wie viele Leute auf einmal sozusagen Partner sind, Partner geworden sind. Ich hab, glaube ich, noch im Jahr 2017, als ich auf der Gamescom war, hab ich, glaube ich, jeden so gut wie gekannt. Also wirklich, 75%, 80% hab ich schon mal irgendwie auf Twitch gesehen. So. Aber 2018 war dann... War das nicht mehr so, sagst du? Nee, war nicht mehr so. Und das ist krass. Das ist sehr, 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 sehr krass. sehr, sehr schnelllebig geworden. Auch Twitch. Sehr, sehr krass. Schnelllebig würde ja bedeuten, kommen und gehen, ne? Ähm, Ja. Okay. Wie fandest... Wie war das... Also wie siehst du das denn? Ist das... Ist dir das egal? Sagst du, oh, es ist... Es ist dir aufgefallen, aber... Ähm... Also... Wie soll ich dir das sagen? Ich hab mich nur kurz, sag ich mal, in der Twitch-Partner-Lounge aufgehalten. Die Leute, die da waren, die ich, äh, so auch kannte, da hat man sich kurz unterhalten. Ja. Auch, auch, auch gut unterhalten, hatte auch da wirklich gute Gespräche, muss ich auch sagen. Aber ich war dann natürlich, ähm, schneller als du gucken kannst, auch dann wieder in meinem abgesperrten Fortnite-Bereich oben in der Lobby, wo es dann auch, äh, Buffet und den ganzen Spaß war, wo ich meine Ruhe hatte. Ah, du warst also im abgesperrten Fortnite-Bereich. Also bei Epic Games. Ja, abgesperrter bei Epic Games, ja. Gut. Dann kannst du uns vielleicht eine Frage beantworten, die uns sehr beschäftigt hat. Welche, ne? Seit Monaten sitzen wir hier. Hm. Ich weiß, welche Frage. Warte mal. Lass mich erst die Frage stellen, bevor du glaubst, dass du weißt, welche Frage. Hm. Waren die Kohlrouladen wirklich so lecker, wie sie gesagt wurden? Ja. Und? Echt gut. Das ist die erste Frage. Die zweite Frage. Hat es vor dem Stand nach Stuhl gerochen? An einem Tag. Also, wie soll ich jetzt darauf antworten? Hat dir Epic Games, du brauchst nichts sagen, warte mal. Musstest du ein Schriftstück unterschreiben, das dich dazu verpflichtet, nicht zu sagen, ob jemand, warte, bis ich ausgedreht habe, ob jemand einen riesigen, cremigen Haufen vor den Fortnite-Stand gelegt hat? Nein. Musstest du nichts unterschreiben. Hast du ein Schriftstück bekommen, in dem du garantieren musst, dass du Nein dazu sagst, wenn ich diese Frage stelle von Epic Games? Ich weiß jetzt nicht, ob ja oder nein richtig ist, aber ich hab nichts bekommen, nichts zu unterschreiben. Hast du, also, also, das ist nicht passiert, wahrscheinlich. Das ist jetzt auch eigentlich nicht so wichtig. Aber, ähm, wie war denn, also du bist dann aus der Twitch-Launch zurück im Epic Games-Bereich und da hattest du dann in Ruhe. Ja. Also da war es deutlich ruhiger einfach. Ja. Das war schön. Also es war, es war schön gewesen, wenn ich das auch erleben hätte können. Vielleicht muss ich mich bei Epic Games mal. Ja, warum bist du denn nicht mal vorbeigekommen? Da hab ich gesagt, hier ist der, haben wir eine Runde Fortnite mit ihm gespielt, der will das jetzt öfter bringen, YouTube aufmachen. Hätte ich dir ein bisschen vorgestellt. YouTube aufmachen. Wusstest du eigentlich, dass ich einen YouTube-Account mit 20.000 Subs gelöscht habe von dir? Aber warum? Weil ich YouTube verachte. So sehr. Aber ist es da nicht auch, sag ich mal, so die Herausforderung für, ach ja, du hast ja keine emotionale Bindung. Aha. Erwischt. Ja. Also ich, ich tatsächlich, ne, also verstehe mich nicht falsch, was ich vorhin gesagt hatte mit YouTube aufmachen und so weiter. Ich hab nicht, nicht, nicht die Leidenschaft, die ich bei, wenn ich live bin, dann lieb ich den, den Scheiß nicht so sehr, als wenn ich jetzt ein YouTube-Video hochlade. Aber trotzdem lese ich da gerne die Kommentare, was die Leute schreiben, ähm, wie, wie das wächst, ähm, wie die Leute reagieren bei verschiedenen Videos, ne? Aber ich hoffe, dass ich die Leidenschaft zu YouTube nochmal finde, wenn ich anfange, was in der Zukunft passieren wird, richtig hochqualitative, geile Videos zu produzieren. Ja. So. Dass ich dann einfach sagen kann, ey, YouTube, macht mir jetzt genauso Spaß wie Twitch. Und das geht Hand in Hand. So. mein YouTube hat ja, was, was ziemlich krass ist, mein YouTube hat ja mein Twitch, sag ich mal, meine Twitch-Abos überholt. Und mein Wunsch ist es, dass mein Twitch wieder meine YouTube-Abos überholt. So. einfach, weil ich Live-Streaming so viel lieber mag als diese VODs. Das heißt, du, warte mal, wie viele, wie viele Abos hast du denn auf YouTube? 300.000. Uff. Und auf Twitch jetzt 232. Ja. Das ist riesig. Ja. Ja, natürlich, das ist schon, das sind schon sehr, sehr viele Zahlen. Aber wenn wir jetzt über Zahlen anfangen zu reden, dann müssen wir halt auch einfach über Fortnite reden. Dann müssen wir einfach, äh, generell über Twitch, über YouTube reden, was da an Zahlen ging. Bist du der einzige Fortnite-Streamer in Deutschland, der noch Zugang zu Custom-Games hat? Nein. Wer hat denn noch Zugang? Also ich meine, Trimax hat auch noch Zugang. Trimax hat auch noch, Hand of Blood hat auch noch. Ah, okay. Und ich glaube, bei Montana gab's einen Zwischenfall irgendwie, ne? Ich hab mal irgendwie mitbekommen. Ja, der hat alles auf Rot gesetzt und hat verloren, ja. Ähm, der hat sich nicht mehr. Heftig. Und natürlich, paar Leute haben das zwischendurch immer mal wieder für Wochenenden und so weiter. Aber Custom-Games ist ja auch, da kannst du, da kannst du, das ist auch ganz schwierig. Wieso? Ganz, ganz schwierig. Ganz, ganz schwieriges Thema, weil viele Leute einem das, glaube ich, Kannst du mal kurz, stopp, bevor wir das machen. Ja. Ich kenne mich mit Fortnite dich aus, erklär mal, was Custom-Games sind. Ja, also Custom-Games ist folgendes. Du startest Fortnite und dann kannst du auswählen, dass du, sag ich mal, ein benutzerdefiniertes Spiel aufmachst, wo du dein eigenes Passwort eingibst, dass die Leute aus deiner Community auf diesen Server kommen. Also, einfach nur einen eigenen, ah ja, okay. Private Lobby. Eine Private Lobby. Genau. Und das Interessante dabei ist, dass es sehr, sehr viele Streamer-Kollegen und andere YouTuber gibt, die dann sozusagen auf den Finger zeigen und sagen, ey, warum hat der denn? Warum hab nicht ich? Ist das in der Fortnite-Community, es spielt dann, also ist, ich weiß das nicht, weil ich mich da nicht bewege, aber meinst du, gibt's da viel Neid und viel Missgunst? Ich denke, das gibt's generell auf Twitch, das gibt's generell auf Twitch oder im Internet, aber das, das prallt so an meiner, hier, du hast doch so eine Rüstung, die hab ich permanent an, nur die sieht man nicht. Das prallt so an mir ab, dass es mir so, dass es mir so wuppe. Ja. So, also da hab ich wieder diese, da hab ich keinen, keinen emotionalen Draht zu diesen Leuten. Also das, das, das juckt mich gar nicht. Okay. Ja. Ähm, also Custom Games sind sozusagen, äh, die Privat, äh, die eigene, die eigene Zuschauerschaft, die eigene Community mit reinzubringen und dann mit denen zu spielen. Richtig. Wie viele Leute passen da, auch 100 Leute rein? 100 Leute passen da auch rein, ja. Das ist ja richtig krass. Ähm, der Daniel damals, der Community Manager, äh, in dieser Sache mit Aporetti dann abging. Ähm, die hab ich ja ein bisschen verfolgt und da hieß es, ähm, da hieß es, dass Custom Games gar nicht dazu gedacht sind, das zu sein, was sie da sind. Das heißt, ähm, ne, Custom Games, Custom Games sind, wie soll ich sagen, die sind sehr, sehr, ja, wie, ich sag mal, in der Anfangszeit ausgenutzt worden. Wie? Und genau, erzähl ich dir. Ja. Ähm, das war im letzten Jahr schon, also letztes Jahr, Dezember fing das an, da haben vereinzelte Leute Zugriff zu Custom Games bekommen, nicht nur in Deutschland, sondern überall auf der Welt. und durch diese Custom Games, und da sind wir wieder jetzt auch bei anderen Firmen und bei Geld, ne, andere Firmen haben sich das zugunsten gemacht, andere Streamer bezahlt, die dann offline diese Custom Games aufgemacht haben, wo du auf verschiedenen Seiten um Geld und so weiter wetten konntest und die offline Turniere veranstaltet haben. Und weil so viele das gemacht haben, andere Streamer, um sich zu bereichern. Warte mal, ich möchte das, bevor wir weitermachen, das heißt, die haben außerhalb ihres YouTube-Krams, ihres, äh, ihres Streaming-Krams haben die so Custom Games aufgemacht. Richtig. Dann haben die, äh, gesagt, ähm, ihr könnt, ich könnt, wie wetten die? Auf was konnte man wetten? Na, die haben zum Beispiel gesagt, äh, ähm, der und der wird Erster. Ne? Also sehr, sehr, ähm, ich sag, man sagt man shady, ne? Ja, das klingt, ich versuche noch, das Shady hier zu, zu kriegen. Und, und, ja, pass auf, es war so, da passen hier nur 100 Leute rein, ja? Ach, da haben Slots verkauft. Ja. Uff. Das heißt, die haben Slots verkauft und der, der Erste geworden ist, hat was bekommen. Uff. So. Und das ist, das ist komplett, komplett eskaliert. Ja. Und deswegen haben wir es nur eine ganz, ganz bestimmte Anzahl an Leuten bekommen. Und das ist bis heute so angeblieben, weil so viel Scheiße damit passiert ist. Hm. sehr, sehr, sehr schwieriges Thema auch. Ja? Ich hab da immer mal, ich hab da immer mal von gehört, ich hab da immer mal von gehört, dass es so, dass das gemacht wurde, weil es irgendwie Grund gab dazu. Aber ich wusste jetzt nicht genau wie. Ähm, also, hat Epic Games sich einfach dazu entschlossen, okay, Custom Games wurde in der Frequenz, in der wir es rausgegeben haben, übelst was braucht. Übel. Und darum haben wir, darum sortieren wir die Leute aus und machen das noch selektiver. Aber ich hab auch davon gehört, dass Custom Games ja gar nicht das sein soll, was, also, dass selbst das ja irgendwie noch nichts Halbes und nichts Ganzes ist. Ja, das ist halt noch sehr, sehr in der Anfangsform. Wie kann das denn in der Anfangsform sein, wenn wir von Epic Games sprechen, die alle zwei Monate ne, 50 neue Skins rausballern? Wieso wird denn dann ... Weil der Fokus liegt nicht auf den Custom Games. Aber warum nicht? Ich meine, das ist doch eine spielentscheidende Funktion. Ich meine, eine private Lobby aufmachen, um mit Freunden zu spielen, klingt für mich wie etwas, was ich ... Also, ich rede abseits von Dings. Klingt für mich was ... Was essentiell wäre. Ich kann's dir auch nicht sagen. Ich hätte auch schon gedacht, dass das vielleicht mal ein bisschen ausgearbeitet wird, so, aber ist halt nie passiert. So, und dann halt nicht. Aber es geht halt einfach nicht, dass es so krass, so eine simple Funktion, so krass ausgenutzt worden ist. Ja? Also, das ist ja wohl ... Also, das ist ja der Zenit, den du machen kannst. Du hast beispielsweise 100 Leute, die da mitmachen und dann sagst du zum Beispiel, okay, von den 100 Leuten machen wir irgendeine Spezialfolge und von meinen 3000 Subscriber nimm nur bestimmte Leute dran teil und die Folge kommt auf YouTube. Ja? Das ist ja schon so grenzwertig. Ist das schon verboten? Hm? Ist das schon ... Verboten ist das nicht. Aber das ist halt auch so ein bisschen Sub-Sell-Out mäßig. Ja? Gibt es von ... Sorry, ich will dir nicht reinreden. Alles gut. Gibt es von Epic Games Regeln bezüglich der Custom Games, was ... Also klar, was du darfst und was du nicht darfst? Natürlich. Die Liste ist so lang, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Die Liste ist auch lang, was du bewerben darfst und was nicht, dass du Custom Games behältst. Okay. Also als Sponsor des Streams meinst du? Ja, richtig. Weil Epic Games sagt sogar das Support-Creator-Programm, was die jetzt haben. Ja? Da gibt es beispielsweise, du gibst bei Fortnite ein, wenn der Gegenstand ... Ist jetzt natürlich geile Werbung. Aber du gibst Gegenstand Shop unten rechts ein, unterstütze ein Creator. Ja? Und dann gibst du da, weiß ich, den Namen eines Streamers ein. Und Epic Games schaltet nur gewisse Leute frei und überprüft jeden einzelnen der Streamer, ob sie überhaupt mit dem, ob sie überhaupt nur dieses Feature den freigeben. Und das ist längst nicht so krass wie bei Custom Games. Sag mir mal, was das Epic Games Creator, was kriegen die denn, wenn die da freigeschaltet werden? Wenn 10.000 V-Bucks, wenn derjenige, der den Code eingibt, 10.000 V-Bucks eingibt, ausgibt im Shop, kriegt der Creator 5 Euro. Das klingt krass jetzt erstmal. Wie viel sind denn 10.000 V-Bucks? 100 Euro. Also auf 100 Euro Ausgaben im Shop kannst du, wenn du, kannst du, wenn du diesen Code hast oder diese Creator-Sache hast, kriegt der Streamer 5 Euro. Wenn der da eingetragen ist und sowas. Ja, 5 Prozent. Okay. Bist du da eingetragen? Ja. Darfst du sagen, wie viel du da monatlich rauskriegst? Nein. Okay. Aber ich kann's dir gerne schreiben. Nee, nee, nee. Ich will's nicht wissen, wenn die Leute es auch nicht wissen dürfen. Dann ist okay. Interessiert mich das nicht. Also ich weiß doch nicht mal, ob ich's dir schreiben darf. Nein, nein, nein. Dann schreib's mir gar nicht. Epic Games Mitarbeiter, er hat mir nichts geschrieben. Aber ich glaube, also ich, also ich glaube, also ich weiß auf jeden Fall, weil ich hab einen anderen Streamer-Kollegen darauf hingewiesen, weil er's getwittert hatte. Was er damit verdient oder was? Ja. Scheiße. Und dann hatte ich ihm geschrieben, Bro, in den AGBs steht drin, darfst du nicht an die Öffentlichkeit sagen. Ich weiß nicht, vielleicht, ähm, vielleicht am Ende, also Ende des Jahres endet das sowieso, und vielleicht darf man's dann sagen oder so. Ja. Ich weiß es nicht. Okay. Ähm, uff, Bruder. Ähm, boah, ich hab so viele Fragen gerade. Ja. die, die Situation, fangen wir mal von Anfang an an. Ja. Du hast ja, das mit, ähm, das ist ja jetzt schon einen Monat her, das mit ApoRed. Vielleicht, ja, ein bisschen länger. Ja. Du hast ja einen Reaktions-Stream gemacht. Ja. Wo du dir das, ich hab das auch gesehen, ich dachte so, uff, 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 Ja. Aber bei dir ist das relevanter, weil du ja Leute aus der Fortnite-Szene bei dir sammelst. Spieler, Leute, die das interessiert auf Twitch. Ja. Andere Streamer und sowas. Und das, was ich am Rande mitbekommen habe, ist, dass der, dass der, dass der negative Vibe dir gegenüber dann doch irgendwo durchkam. Ja, klar. Wie war das? Also was ist denn da passiert? Also was waren so, wie waren das so? Ja, also ich hab jetzt, also ich stream jetzt, ähm, wie gesagt, schon jetzt seit zwei Jahren, ne? Und mach jetzt seit, äh, einem Jahr, also 17.10. 2017 hab ich angefangen mit YouTube. Das ist das, das ist das Datum. Ja. Und in dieser gesamten Zeit hatte ich, bin ich dir ehrlich, ich hatte irgendwie keine Leute, die mir mit irgendwas Schlimm oder so gedroht haben. Ne? Ich hatte mal irgendeinen Plepp, der dann, äh, reingeschrieben hat, Hurensohn, dann hat man den gebannt, äh, da hat man das YouTube-Kommentar gelöscht. Aber wirklich dieses extrem Boswillige, ja. Das hatte ich nicht. Okay. Aber das hatte ich dann zu diesem Zeitpunkt. Und das fand ich ziemlich heftig. weil da hab ich dann auch gemerkt, dass die Leute gar nicht mehr darüber nachdenken, was sie schreiben. Also überhaupt nicht mehr. Sondern einfach, einfach nur, sag ich mal, blind. Ja, ich, ich kann kein anderes Wort finden, aber die sind halt einfach nur blind gewesen. Ich habe, bei, bei meiner Community fand ich das sehr, sehr schön, ähm, weil ich, ich zu denen gesagt habe, hör zu, wir machen das Thema auf, beleidigt in keiner Form, so, und ich muss sagen, meine Community, da geht auf jeden Fall nochmal, also wirklich krasse, krass, krass, krasses Feedback raus. Die ganzen Texte, unter den Videos, unter den Kommentaren, was Leute mir für Romane geschickt haben, und was ich mir durchgelesen habe, weil ich mir das irgendwo auch zu Herzen genommen habe, weil das ein sehr, sehr krasses Thema war, fand ich, fand ich echt krass. Fand ich echt krass. Ich behaupte, also du, du hast ja gerade gesagt, blind und so, ne? Mhm. Ich behaupte, dass dieses, da wären wir wieder bei dem Punkt, dass dieses Community-Denken ein Grund dafür ist. Weil die Leute nicht mehr nachdenken, denn sie sind ja Teil einer Community. Sie sind ja Teil einer Gemeinschaft. Da wird nicht in Frage gestellt, ob da irgendwas gemacht wird, oder es wird zumindest unterdrückt, denn man ist ja Teil einer Gemeinschaft. Man ist ja Teil einer Community. Und ich behaupte auch, ich, lass mich mal ausreden. Okay. Ich behaupte auch, dass das ein essentieller Teil sein kann, von einem, von einer, von einer Welle, die unter anderem, also ich, bei Apo, bei dem Roten Baron, ist das halt ein bisschen, vielleicht noch ein bisschen spezieller. Ich möchte, es ist vielleicht auch falsch, das alles über den Kamm zu scheren. Ich finde das, ich finde die Intention hinter dieser Behauptung aber sehr interessant. Ich glaube, wenn, ich glaube durch die Tatsache, dass der irgendwie seine, seine Jünger halt in, in, definiert und dass das pusht und dass der die, dass, dass, dass die einen Namen kriegen, dass es eine, dass es eine Gemeinschaft ist, dass die sagen, dass es eine Gruppe ist und dass die sich unterstützen und so, dass das ein essentieller Teil davon ist, warum gegen alles, was gegen den jeweiligen Kanal ist, gegen den jeweiligen Influencer, gegen den jeweiligen Streamer, sofort niedergemäht wird. Unabhängig davon, ob es begründet ist oder nicht. Ja, ist krass. Aber da ist, da ist wieder das, das, das entscheidende Ding, bei so einer großen Community, bei so einer großen Community, kannst du es auch gar nicht richtig kontrollieren. Du kannst es nicht kontrollieren. Und du hast, und das ist auch der Grund, warum ich das, warum ich da überhaupt so, sag ich mal, auch so ein Gegenpol erzeugt habe. So, dagegen. weil da einfach ein normaler Mitarbeiter einer Firma öffentlich erwähnt worden ist und das kann nur nach hinten losgehen. Also es, es, es gibt gar kein, es gibt gar keine andere Möglichkeit, als das nach hinten losgeht. Wenn ich jetzt sage, der Bäcker bei mir in der Nähe, der hat mir, da habe ich normalerweise immer eine Gurke auf dem Brot. Und dann habe ich gesagt, ich habe mich heute so aufgeregt, da ist keine Gurke auf dem Brot. Dann wirst du morgen irgendwelche Leute haben, die da hingehen und den Bäcker beleidigen. Ey, du Hurensohn, Micky hat keine Gurke. Ja, weil es einfach zu groß ist. Es ist zu groß. Ja. Deswegen ist das, deswegen bin ich da auch sehr, sehr vorsichtig ran. Gurkengate. Ich verstehe, ich verstehe. Also ich, wie gesagt, ich habe, ich habe das auch mehrmals erwähnt. Ich fand das, äh, natürlich von vielen, vielen Leuten sehr, sehr schade, dass da, ähm, was heißt sehr, sehr schade? Also bedrückt hat es mich jetzt nicht nur, ich dachte halt einfach so, dass da dann so Morddrohungen und, und sowas zurückkommen, das ist schon ein bisschen heavy, ne? Hast du Morddrohungen bekommen, ja? Ja, klar. Ich finde es unglaublich erschreckend, mit welcher Selbstverständlichkeit du das sagen kannst und ich das sagen kann. Ja, das ist das Internetsteil. Genau, das ist ja das Erschreckende. Ja. Nur du darfst dich nicht und da geht auch auf jeden Fall an alle Streamer, Kollegen und, und YouTuber, egal ob ich euch mag oder nicht, ne? Was ihr auch immer macht, aber, nehmt euch das nicht so krass zu Herzen und was die Leute da schreiben, weil wenn ihr euch das zu krass an, ihr macht euch damit kaputt, ja? Ihr macht euch wirklich, ihr kriegt sofort, ihr werdet sofort depressiv. Es, ist gar nicht anders, wenn ihr jetzt viel darüber nachdenkt. Ignoriert das sofort, schaltet aus, was weiß ich, aber sucht euch, wie gesagt, Stay geht da, du gehst da zu den beiden Hunden, dann hältst du mal da kurz, du weißt, ne? Dann sagst du mal kurz nichts mehr. Kurz. Und ich, ich grounde mich auch, ich geh auch zu meinem Ruhrpol, weil anders geht's nicht. Ist das nicht ein Widerspruch, wenn du sagst, du bist emotional mit den Community-Leuten verbunden und gleichzeitig sagst du, du sollst, Leute sollen sich das nicht zu Herzen nehmen? Ja, das ist, ja, das sind wieder zwei verschiedene Paar Schuhe einfach. Da muss man einfach, da muss man einfach wieder trennen. Wie trennt man das? Ich weiß nicht ganz genau, wie ich das mache, aber es gibt halt auch einfach nicht nur schwarz oder weiß. Weißt du? Ja. Für mich. Es gibt halt auch einfach Grauzonen und irgendwo auch was dazwischen. nur das Allerwichtigste ist, darüber zu reden, auch mit, auch wenn das Wort, wenn du es wieder nicht hören willst, auch mit deiner Community darüber zu reden. Hm. Und ich denke, dass das der richtige Weg ist. Und ich mache, ähm, ich werde so ein Video auch, ich werde so ein Video jetzt auch nicht jede Woche raushauen. Hm. Und, äh, und darauf reagieren oder so. Nee, das war ja bei dir eine sehr einmalige Sache, glaube ich. Das hat sich ja mit ApoRed deutlich, äh, also hochgeschaukelt. Und ich glaube, da warst du auch der richtige Punkt, um zu sagen, ey, Bruder, das geht vielleicht ein bisschen zu weit. Ähm. Ja. Und, ähm, nicht nur, nicht nur, dass du, dass ich glaube, dass du von deiner Seite aus sagen würdest, ey, geht aber bitte nicht Harassment. Es ist ja auch gegen die Terms of Service, das zu machen. Ähm. Und deswegen, mich hat es jetzt einfach interessiert, wie du das Feedback aufgenommen hast und ob das so negativ war, teilweise negativ war, wie ich es vernommen habe, weil ich dann doch sowohl in deinen Streams vermehrt, äh, Leute gesehen habe, die einfach, äh, Bruder, die einfach komplett die Kontrolle verloren haben. Und, ähm, weißt du, ich weiß ja nicht, ob du mit ihm in Kontakt standst, äh, weißt du, ob es Konsequenzen für ihn gab? Nö, das weiß ich nicht. Das ist auch gar nicht, das ist auch, daran verschwende ich auch gar keinen Gedanken. Ob da jetzt Konsequenzen kommen, was da jetzt noch passiert. Ob das, das ist komplett aus meinem Kopf raus. So, es ging nur einzig und allein gerade, an diesem Tag, um diese Erfahrung, um, um, um sozusagen, wie soll ich sagen, dass da etwas passiert ist und ich wollte aktiv, sozusagen, einen Gegenpol erzeugen und das habe ich getan und das hat sich sehr, sehr, es hat sich einfach nach wie vor, auch wie ich es sozusagen, wenn ich mir das wieder angucke, dass ich nicht beleidigt habe, ich bin nicht komplett aus der Haut gefahren, ich bin nicht ausgerastet oder so. Das hat sich, das hat sich einfach sehr gut angefühlt, muss ich sagen. Und ich würde das wieder so tun. Ich würde das wieder so tun. und, ja, dabei bleibe ich. Ähm, krass. Die, boah, wie, also, das ist so, das, das ist jetzt erstmal abgeschlossen, so. Okay. Ja. hast, du hast mitbekommen, dass Montana seinen Zugang verloren hat wegen, ähm, Gambling. Vermutlich. Ja. Okay. Weil Epic Games sozusagen in den, die wollen, die wollen Custom Games nicht jemanden geben, der Online-Casinos macht. Das weiß ich. Steht das in den, steht das in den Regeln drinnen? Ich habe es jetzt nicht nachgelegt, gewesen. So. Aber mir, mir wurde es halt auch gesagt. Wann wurde dir das gesagt? Oh. Ähm, also Alkohol, Tabak, Glücksspiel, ähm, sind, sind solche, sind solche Sachen. Also, dann muss ich, okay, ich habe es mir fast gedacht. Also ich muss, äh, dann muss ich sagen, dann, ähm, ist, sind, ist Epic Games da nicht konsequent, weil, ähm, Monte hat vorher schon geraucht. Ja. Und das nicht, das nicht unter, mit vorgehaltener Hand, sondern schon immer. Genau. Und. Aber die sind da, die sind da halt auch, ne, das entscheiden die, Stay. Ja, das entscheiden sie. Die haben, die haben da beispielsweise auch, die machen ja auch nichts mit, überzuckerten Getränken. Die haben auch kein, äh, äh, McDonalds als Partner. So. Und die Firma sagt, wenn die, wenn Epic Games jetzt zu mir kommt, und die sagen, ey Mick, äh, du, im Stream, du isst immer nur McDonalds. Du bringst dir vom Anfang des Streams McDonalds mit. Scheiß Big Mac. Und du haust dir den Big Mac rein, und du hast den Big Mac noch als Emote, und du ziehst das komplett, du ziehst dein Ding komplett mit den 20er Chicken Nuggets durch. So. Du rastest komplett aus mit der Süßsauernsoße. Dann spendet dir jemand 50 Bits, und dann sagst du wieder im Stream, oh, geil, nochmal zwei süßsauere Soßen. So. Dann kann Epic Games sagen, wir wollen mit dir nicht mehr arbeiten. Ja. So. Und das muss man, das ist halt einfach, das ist halt so. Ich finde, das ist halt so. Ich finde es schade, ne, ich finde es schade, weil, aus, aus, aus der persönlichen Meinung, bei Monte ist das ja so, er hat durch die Custom Games, äh, Monte sagt, Suche und Verstecken, ne, gemacht, auch auf seinen YouTube-Kanälen und so weiter gebracht. Und ohne diese Custom Games kann er das ja nicht mehr machen. So. Und ich hab das auch selber gerne geguckt. Also ich bin Fan von diesen Formaten. So. Und das halt, es ist halt generell, dieses ganze Casino-Ding, und, äh, das ist ein sehr, sehr schwieriges Thema, Mass Day. Sehr, sehr schwierig. So. Und wenn da dann die Firma entscheidet, ähm, dann ist das so. Ich find's gar nicht so schwierig. Weißt du, was ich schwierig finde? Was denn? Dass das offenkundig ein bisschen Heuchelei ist. Denn wenn man das von außen betrachtet und nicht als Fortnite-Spieler, dann muss man sagen, okay, es gibt ein Creator-Programm, wo die Leute dafür bezahlt werden, dass Menschen im, im Store Skins kaufen. Ja. Es gibt Regeln, in denen wohl drinsteht, dass vermutlich auch Rauchen, Alkoholkonsum im Stream oder in den Videos nicht, nicht dazu führt, dass du die Custom Games behältst. Und jetzt jemanden zu entfernen, der Gambling betreibt, was nicht eindeutig klar definiert ist, weil europäische und deutsche Gesetze sich da ganz klar widersprechen. Und das alles super, super brau ist und nicht schwarz und weiß, wie du vorhin gesagt hast. Ja. Und im gleichen Kontext, und da ist der Widerspruch, basiert der gesamte Umsatz von Epic Games und darauf legen die auch Fokus auf dem Taschengeld von Leuten, die meiner Meinung nach deutlich unter zwölf Jahren sind, dass sie sich Skins kaufen, dass sie das immer wieder pushen, dass sie ihren Eltern Kreditkarten nehmen und da eventuell mal ein bisschen reinholen und da unendlich viel Geld ausgeben und dann gleichzeitig so was zu sagen und so was zu bringen, das ist leider, das ist, das ist, das finde ich schwierig. Das finde ich schwierig. Zu seinen, seinen gesamten Content, warte einen Moment, seinen gesamten Content darauf aufzubauen, dass junge Spieler mal V-Bugs aufladen und dann einen Skin holen, auch wenn es nur eine Kosmetik ist, ja, und da richtig, und das zu pushen und zu pushen und zu pushen und zu pushen ist für mich genauso fragwürdig und wenn nicht sogar fragwürdiger als das, für das hier bestraft wird. Und ja, ja, sie haben das Recht, sie haben das Spiel und sie können es machen, aber aus Perspektive von mir und ich bin ein bisschen weiter hinter, ich bin, ich spiele nicht mal Fortnite, gar nicht, wirkt es Irr. Haben die den vielleicht rausgehauen, weil sie gedacht haben, dass die ganzen jungen Leute ihre ganzen Kohle jetzt bei dem Casino rausliegen und nicht mehr für die Skins? Ich müsste den Aluhut aufsetzen dafür. Mein Gott, ich setze ihn auf jetzt in diesem Augenblick und er rutscht runter, aber verstehst du, ich, das ist, das ist eine Firma, die ihre Zielgruppe genau kennt und die pusht und Leute und Leute inkonsequent dafür bestraft, wenn sie Regeln brechen oder nicht einhalten. Denn wenn er, wenn er hätte nicht rauchen dürfen, hätten sie es vorher schon wegnehmen sollen oder hätten sie es ihm gar nicht geben sollen. Vielleicht ist das auch nur, vielleicht nehme ich das, vielleicht ist das jetzt auch nur Rant so. Vielleicht gibt es dafür alles rationale Erklärung. Also ich finde, ich finde generell, also die, es gibt ja, sag ich auch noch mal, eine Entwicklung von Fortnite, die, die sozusagen nur die Leute, sag ich mal, mitbekommen, die Fortnite regelmäßig spielen und da gab es auch, was ich auch zu den Skins extrem krass finde, eine unfassbare Steigerung. Es ist seit einem halben Jahr so, dass Leute mir, also auch jüngere Leute und das ist wirklich auch ein schwieriges Thema, wo ich auch vielen jungen Zuschauern schreibe, weil die schreiben mich auf Instagram an und sagen, hey Micky, kannst du mir 10 Euro PSN-Guthaben, 10 Euro PaySafe-Card schenken, wenn ich diesen Skin nicht habe, dann bin ich nicht cool in der Schule. Bruder, was? Ja. Und das ist ein heftiges Thema. Was? Das ist heftig. Und das finde ich halt auch irgendwo, also das ist, das ist schon so heftig, dass ich sage, ich kann da nicht mehr drüber lachen, weil ich ganz genau weiß, wie das nach hinten losgehen kann, wenn da die gesamte Klasse, ey, als ich jung war, ich habe WoW gespielt, wenn ich mich da gesagt habe, ich habe WoW gespielt, dann war ich so unten durch. Die gesamte Klasse spielt jetzt Fortnite. Auch die Mädels spielen Fortnite. Die machen dann kurze Fortnite-Tanz-Zahnseite und dann geht es weiter mit Geografie. So. Das ist richtig heavy. Und wenn ich mir da vorstelle, wenn ich mir da vorstelle, dass mich wirklich viele Leute anschreiben und die sagen, hey Micky, ey, ich brauche unbedingt diesen Skin, sonst bin ich nicht, ja, sonst bin ich nicht cool. Das ist schon heftig. Und Fortnite hat mit den Skins auch angefangen. Und dann gab es beispielsweise, damit du dir, damit du dir das Tempo vorstellen kannst, ja. In der Anfangszeit von Fortnite gab es jede Woche einen neuen heftigen Skin, ja, wo der Shop einmal auf der linken Seite aktualisiert ist und einmal nach zwei, drei Tagen auf der rechten Seite. Ja. Und jetzt ist es so, Stay, dass jeden Tag um zwei Uhr der Shop aktualisiert wird. Mit neun Skins. Meistens mit neun Skins. Jeden Tag? Jeden Tag. What? Ja. Holy shit, Alter. Ich dachte, das gibt so, ich dachte, das ist so seasonabhängig. Ja. Und ich kann dir auch sagen, einfach mal jetzt von meinen, von meinen V-Bugs her, oder ein Uhr, ja, Zeitverschämung ist doch, ja. Okay. Auch einfach sag ich mal jetzt vom, vom finanziellen Aspekt her, ja. Ja. Also ich hab generell so gut wie jeden Fortnite-Skin. Wie viel hast du reingebottet? Ich bin jetzt fast bei 4.000 Euro. Bei 4.000 Euro an Skins in einem Jahr. Fast. Und, ja. Und wenn ich mir diese Summe, und wenn ich mir diese Summe vorstelle auf einen 12-Jährigen, lass jünger sein. Das ist heftig. Wie viel muss man bezahlen, um alle Skins zu haben? Ja, ich glaube, also, bis hin über 4.000. Also jetzt, ein paar hab ich nicht, ne, ein paar, die mir gar nicht gefallen haben, aber sonst 4.000, würd ich sagen. Jetzt in einem Jahr. Bruder, muss los. Kann man die auch, kann man die auch freispielen? Nein. Du kannst, du hast so einen Battle Pass. Ja. Du hast einen Battle Pass, wo du sozusagen 10 Euro bezahlst und dann kannst du Skins freispielen. Wenn du so Quests erfüllst, oder? Genau. Aber sonst gibt es auch Skins, die du einfach jeden Tag neu kaufen kannst. Und das ist heftig. Naja, es ist halt, also, das kann man, das kann man halt vielen Sachen vorwerfen. Das hängt immer, also, es hängt immer an folgender Sache. Und zwar, wie die Zielgruppe ausgerichtet ist. Wenn deine Zielgruppe, wenn, ich mach mal, Beispiel, Warhammer, diese Spielfiguren. Da kannst du Spielfiguren kaufen, die sind auch mehrere tausend Euro wert. Aber das liegt sich halt auf eine Zielgruppe, die halt, äh, 36-jähriger Neckbeard ist. so. Und, ähm, bei, bei, das geht wahrscheinlich auch auf FIFA los und so. Aber, ähm, ja, aber, aber, CSGOskins ist auch, das war auch noch, das ist auch noch sehr jung. Aber Fortnite ist so jung. Das ist so unendlich jung. Und das ist so viel Geld. Ja. Uff. Ach, das mit den Nachrichten finde ich ja krass. Mhm. Ja, ist ein krasses, ist ein krasses Thema. Ich schreibe da auch tatsächlich wirklich, äh, vielen, jungen Zuschauern zurück. Ja. Weil ich, da sind wir wieder bei emotionaler Bindung. Ja. Weil ich mir denke, hey, der, äh, der ist so jung, der macht sich richtig Gedanken da drum. So. Der macht sich richtig den Kopf da drum, wie er jetzt an diesen Skin rankommt, weil Mama und Papa Nein sagen. Und das finde ich, das finde ich heftig. richtig. So. Es gibt viele Streamer und auch viele YouTuber, die sagen, die spielen gar keinen Skin. Oder die spielen nur diesen Battle Pass für einen Zehner. Ja. So. Und da gibt's dann halt auch wieder verschiedene Meinungen. ich bin so, ich sag, ich kauf mir jeden Skin, aber guckt euch an, ob euch der Skin wirklich gefällt. Das heißt, ich, ich hol mir diesen Skin, ich spiel den einmal, ich, ich, ich geh mit denen in eine Runde rein, schwenk den von jeder Seite, wir machen eine kleine, äh, Chat-Abstimmung, ob der cool ist, ob der nicht cool ist, ob man sich den geben kann. sowas. Es gibt da, ich, ich glaube, dass es da in diesem Bereich nicht wirklich eine richtige Option gibt. Ja. Das Problem ist, dass das halt auch nicht Pflicht ist, es ist halt ein Skin, es ist halt eine, es ist halt eine kosmetische Art, du kannst niemandem die Pistole auf die Brust setzen, äh, weil er einen kosmetischen Artikel kauft, das hat clever gemacht, ähm, denn er hätte ja, er kriegt dadurch keinen effektiven Vorteil, sondern er hat nur, er hat nur dieses, diese Optik, die dann, ähm, die halt dann keine Spielvorteile gibt, sondern nur, dass es anders aussieht. Aber, also mir war nicht klar, dass das, dass das bis zu drei, viertausend Euro sind für alle Skins, what the fuck? Und da kommt, wenn jeden Tag, wie teuer ist ein Skin? Sind die unterschiedlich teuer? Acht Euro, äh, 15 Euro, 20 Euro, dann noch Gleiter, 12 Euro, Hacken, 8 Euro, kann auch hochgehen auf, äh, 12 Euro oder 15 Euro, dann kommen noch die verschiedenen Tänze dazu. Die Tänze auch? Ja, die Tänze auch, also da kommt schon einiges zusammen. Warte mal, sind die Tänze denn bei dir schon drinne? Wie? Naja, hast du die Tänze auch gekauft oder nur die Skins? Du hast alle Tänze auch? Ja. Und 20 Euro ist halt so ein legendärer Skin. Ne? Und wenn ich überlege, 20 Euro, 20 Euro damals, als ich, äh, elf oder zwölf war. Alter, das ist halt das Monatstaschengeld, Bruder. Ja. Das ist das Monatstaschengeld. Uff. Ja. Uff. Uff. Kurz mal, kurz mal überlegen. Kurz mal sacken lassen. Oh, wow. Ich hätte, ich hätte, ich hätte nicht gedacht, dass es so teuer ist, aber. Ja. Und wie gesagt, da ist halt auch, wie gesagt, viele Streamer sagen, ich kaufe gar keinen Skin und kaufe nur den Battle Pass. Die anderen Streamer sind da so, ja, kaufen wir den, kaufen wir den nicht. Mhm. Guckt den euch an, aber auch da ist wieder, drüber reden. Ja. Drüber diskutieren, kommunizieren, das ist wichtig. Uff. Also das mit der Schule ist halt so eine Sache. Also ich, ich könnte nicht weiter weg von jungen Leuten sein, wie ich, wie ich aktuell bin. So ich glaube, ich bin sehr, ich glaube, ich bin durch meine Art sehr weit weg von, von jungen Leuten. Vielleicht nicht, vielleicht sehe ich das auch falsch. I don't know. Aber das mit der Schule ist halt, ähm, damals war es halt so mit Klamotten, ne? Und das mit den Klamotten hat ja nicht aufgehört. Ja. Das heißt, es wird ja nur mehr. Es ist also nicht so, sagen wir, wenn ich, wenn ich überlege. Hast du irgendwas an Klamotten? Jetzt? Oder so, was du, was du dir gönnst oder wo du sagst, ey, da gibst du richtig Cola aus, so? Nee. Schuhe? Nee. Gürtel? Woher, woher kommt das mit dem Gürtel jetzt? Ja, du, ich hab Uhren. Ich hab Uhren. Hast du Uhren? Ich hab einen Uhrenfetisch, ja. Was für einen? Einen Fetisch. Einen Uhrenfetisch. Ja, aber für welche Uhren? Für alle. Ich bin ein großer Freund von, ähm, von mechanischen Uhren, analog, alles, was, ähm, alles, was so, ähm, in dem Handwerk drinsteckt. Ich mag das einfach. Also ich mag die Technik dahinter. Also magst du jetzt wirklich Uhren oder ist das jetzt alles hier? Nein, wirklich. Das ist kein Witz. Ich hab, ich hab einen Uhrenfetisch. Das ist kein, ich verarsch dich nicht. Ich habe wirklich einen Uhrenfetisch. Es geht auch nicht, es ist auch nicht Rolex und so ein Scheiß oder Breitling, so teure Sachen, sondern einfach mal, es gibt sehr schöne, günstige Uhren und, ähm, seitdem ich, ich glaube meine erste, die ich mir gekauft hab, da war ich irgendwie 19, 20 oder so und ich hab halt ganz viele Uhren und dann immer, das sind halt Beträge, die mittlerweile auch schon bestimmt an die vierstellig kommen, aber es ist, es ist jetzt nicht so, dass ich mir eine 40.000 Euro Uhr hole oder sowas, sondern einfach nur, ach, hier mal eine Diesel-Uhr, oder da mal, äh, was von, ähm, äh, Psycho oder so, ähm, oder hier was von, äh, also, es gibt halt, es gibt halt, äh, ich hab halt einfach viele Uhren an der Summe so, ich guck halt immer so, das ist so mein Ding, aber ansonsten, ich, ich, keine Ahnung. Also keine Patek Philipp da liegen? Nee, keine Patek Philipp da liegen, nein. Nee, nee, sondern einfach nur an sich. Es gibt halt echt, äh, schöne Uhren, die auch preiswert sind, so. Und das ist so mein Kicker, also das, das gönne ich mir. Aber, ähm, ansonsten, ansonsten bin ich da auch recht, äh, zurückhaltend, weil ich nicht will, dass der Eindruck entsteht, dass ich hier irgendwie die dicke Kohle ausgebe, oh, der Streamer hier, weißt du? Ja. Für mich ist Bodenständigkeit ein sehr wichtiges Element von mir persönlich, als auch von dem, was ich nach außen hin trage, weil es einfach, weil, wenn man mal gearbeitet hat, so wie du gesagt hast, wenn man mal eine 16-Stunden-Schicht geschoben hat, oder wenn man, wenn man, äh, 40 Stunden, 50 Stunden die Woche arbeitet, richtig hart, äh, vielleicht im Pflegebetrieb oder in irgendeinem Job, dann, ähm, weiß man das, was man hier macht, nur noch mehr zu schätzen. 100 Prozent. Und dann, äh, ist es den Leuten gegenüber, die einen richtig heftigen Job haben, einfach respektlos, so, also das hat nichts mit nichts Gönnen zu tun, sondern, es hat einfach was damit zu tun, nicht auf die Kacke zu hauen und nicht irgendwie den dicken Macker raushängen zu lassen, nur weil du, nur weil Leute vor dir sitzen, die dich halt, weil du in einer guten Lage bist. Ja. Sondern, Bescheidenheit, aber da bist du wieder auch mit Bescheidenheit und Bodenständigkeit, bist du auch gleichzeitig wieder, sag ich, in der grauen Zone, zu deiner emotionalen Bindung, zu deinen Zuschauern. Das kann sein, ja. Und das finde ich geil, dass du das gerade sagst. Weil dann hast du ja doch einen, dann bist du ja doch ein geiler Typ, stay. Das ist ja doch ein gutes Typ. Komm. Ja, aber nee, da hat, ja, 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 musst du durch, musst du durch. Ja, aber das ist, das ist ja, das ist ja was, was ich grundsätzlich verkörpern will, unabhängig davon, wer das sieht. Verstehst du? Aber dich sehen ja viele. Ja. Ja. Aber das ist wichtig, so, diese ganze, das, das fängt ja bei, oh, guck mal, dickes Auto, oder, oh, guck mal, Gucci T-Shirt, 500 Euro, so, what the fuck, Bruder. Das, das geht halt einfach nicht. Hast du dir schon mal was richtig Teures gekauft, nur um es auszuprobieren? Bist du so ein Ausprobierer, der dann sagt, ey, ich kauf mir jetzt dieses T-Shirt für 500 Euro? Nee, 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 gar nicht. Ich bin, ich komme aus einer Zeit, an der 20 Euro T-Shirts viel Geld waren und die hole ich immer noch. Und ich denke immer noch, boah, Bruder, ehrlich, muss das jetzt sein? so, keine Ahnung, so ein Vans T-Shirt oder ein paar, ähm, weiß ich nicht. Das ist halt immer noch so, das ist für mich, ich halte an diesen, an diesen Sachen fest, so. Ja. Weil ich das, weil wenn du irgendwie mal, ähm, 1500 Euro im Monat hast und davon sind 300 Euro Miete und vielleicht 200 Euro andere Fixkosten, so, dann kannst du halt auch nicht einfach ausrasten, so. Und ich halte an den Sachen einfach fest. Gehst du teuer essen? Nee. Gar nicht? Ich gehe gar nicht raus, Bruder. Also wenn ich mit den Hunden nicht rausgehe, gehe ich nicht raus. Stream ist mein, also, ich habe Stream entdeckt, boah, das ist jetzt schwierig, Messen sind der einzige Indikator für Interaktion mit anderen Leuten, 300 Euro Miete? 300 Euro Miete willkommen im, äh, im Ghetto Ostdeutschlands. Nee. Nee. Alter, das günstigste, das günstigste, was ich am Miete bezahlt habe, waren 240 Euro. Ey, du machst Spaß. Warm. Ja, doch. Ist kein Joke. Äh, willst du nach Hamburg ziehen? Bruder, ich hatte, in meiner ersten eigenen Wohnung, hatte ich eine Dusche in der Küche. In der Küche. Hab ich auch noch nie gehört. In der fucking Küche. Ich hatte auch schon mal, ich hatte auch auf jeden Fall schon mal, äh, so Cornflakes mit Wasser oder Toastbrot mit Eiswürfeln oder sowas. Ich hatte, in der Zeit lang, ich musste, ich kann mich dann, ich kann mich an dieses Gefühl und an die Tatsache, dass, äh, ich, ähm, das hatte, äh, sehr gut erinnern, Alter. Ich hatte, ähm, mein erster eigener Job war, ähm, war als ich, also richtiger Job war, als ich als Unternehmensberater eingestellt wurde. Und, ähm, ich hab kurz eine Frage, weil das ist, verzeih mir. Ja, frag. Ähm, während deine Dusche in der Küche war, ja? Ich habe mir gleichzeitig einen Schnitzel gekocht, ja, hab ich. Ja, aber hast du dann auch zum Beispiel so Fangkuchen gemacht und dann so aus der Dusche nochmal mit dem Wender und gelandet? Ja, hab ich. Das war mein Live, Bruder. Das war nur so in meiner, äh, also nicht, dass ich mich jetzt nicht nackt vorgestellt habe, äh, aber. Ich könnte es verstehen. Du weißt, was ich meine. Ich könnte es einfach verstehen. Aber ja, hab ich. Heftig. Das war mein Live. Kurze Zeit später ist übrigens, das habe ich, äh, äh, von dem, äh, von dem Vermieter gehört, als er meine Nachzahlung, äh, für, also der Kaution zurück überwiesen hat, ähm, ist die Dusche übrigens eingebrochen. Hehehehe. Der, äh, ist wohl, der Nachmieter ist wohl dann durch die Dusche in die, in das Geschoss da drunter, geflogen. Bruder, der musste halt weg. Und ich, ich, ähm, ich, ja, aber, ähm, ich komme halt, ich, mein erster Job konnte ich, den konnte ich nur machen, weil meine, äh, meine Eltern mir damals die Fahrtkosten ausgelegt haben. Ganz am Anfang. Und ich das nicht, ich hätte das nicht bezahlen können. So, es ist halt, es ist halt irre. So, ich, ist halt so. Und an das muss man sich immer erinnern. Das ist wichtig, dass man diese Erfahrung hat. Es ist wichtig, dass man nur von Toastbrot und Ketchup gelebt hat. Es ist wichtig, dass man nur Ketchup mit Spaghetti isst. Es ist wichtig, dass man immer nicht, dass man mal nicht sagt, irgendwie, Klassiker. Es ist einfach, es ist einfach wichtig, dass man das mal gesehen hat. Und dass man nicht, dass man halt, und das hat nichts mit Verhätscheln zu tun vom Elternhaus. Sobald man das verlässt und man diese Erfahrung gemacht hat, prägt das einen einfach fürs Leben. Weil man dann hoffentlich weiß, wie es ist, von Wasser und Brot zu leben. Ja. Wasser und Brot. Und wenn man irgendwann in der Lage ist, dass einem das Leben die Möglichkeit gibt, das ein bisschen besser zu haben, dann rastet man hoffentlich nicht komplett aus, weil man sich erinnert, wie das war. Ja. Weil man genau weiß, Bruder, I know, dann lernt man das um sich rum ein bisschen zu schätzen. Mhm. So. Und das ist einfach, und das ist wichtig. Hast du denn sowas? Hast du was, wo du sagst, Bruder, musst Kohle? Ja, doch. Ja, auf jeden Fall. Ich geh auch teuer essen und sowas. Teuer essen? Das ist bei mir, ja. Also muss ich sagen, ich geh viel zu teuer auch essen. Ja. Das ist aber so bei mir drin, das ist halt auch irgendwo bei mir so ein Ausgleich. Mhm. Also ich geh gerne mit Freunden und so weiter raus, essen, unterhalten, sitze da und das mach ich gern. Das ist auch gut. Auf jeden Fall. Also das... Jetzt, jetzt nicht jeden Tag, das Filet-Tenderlein mit Blattgold überträufelt, aber... Schöne Kari am Roller. Ja. Aber so, ich geh gern raus essen. Ja, ich geh gern essen. Hm. Ähm. Ja gut, gutes Essen ist halt gutes Essen. Ja. Ich könnte, ich kann mich jetzt, ich kann mich jetzt nicht gegen gutes Essen aussprechen, weil man mich im Stream sieht. Ja. Und ich geh, was auch noch ein Laster von mir ist, ich geh der aber oft zum Friseur. Ich weiß nicht wieso. Das ist so bei mir drin. Ganz schlimm. Und ich hab einen extrem hohen Mausverschleiß, ey. Sag mal... Wenn du wüsstest, bei wie viel Euro ich bin im letzten Monat an Mäusen, weil ich die kaputt gemacht hab, da, äh, ja. Da ist es aber vorbei. Was ist denn da los? Es läuft nicht mehr so in Fortnite oder was? Ja, die ziehen mich alle ab, ey. Ich häng einfach, ich werd zu alt. Ja. Ich werd zu alt. Ja, also... Teures Laster ist vielleicht auch Tätowieren. Das ist vielleicht bei mir noch. Aber bist du, bist du richtig zugehackt? Mhm. Geil. Ziemlich, ja. Ähm, Stream, hast du schon mal darüber nachgedacht, zu streamen und dich dabei zu hacken? Nein. Warum nicht? Weil es extrem wichtig ist, dass Tätowierungen entstehen, umgesetzt werden und auch im Nachhinein berechtigt sind durch die eigene... Durch, also... Oder sagen wir es anders. Bei Tätowierungen sollte dir niemand reinreden. Und du solltest auch niemals an den Punkt kommen, an dem du jemandem vorher sagst, warum du dir was wie wo tätowieren lassen willst, ist, weil das niemanden... Weil das keine Entscheidung ist, die auf irgendwelcher Aussage von irgendjemand anders beruhen sollte. Wenn du das machen willst, was du machen willst, weil du den Beweggrund dahinter hast, dann ist dein Tätowierer und du der Einzige, der sich damit auseinandersetzt, weil er dir aus Fachkreisen sagen kann, was er am besten macht und was wo irgendwie besser wäre oder was zu empfehlen wäre. und du, weil du deine Erfahrungen oder deine Erinnerungen oder den Moment, den du damit widerspiegeln willst, einsetzt so. Und mehr nicht so. Ich würde das... Nee, streamen würde ich es nicht und ich würde jedem empfehlen, wenn er darüber nachdenkt, das zu machen und sagen, es muss mit dir selbst ausgemacht sein, es muss mit dem Tätowierer besprochen werden und der Rest ist scheißegal. Und bitte nicht ins Gesicht. Aber bei Gesicht bist du raus, oder? Bei Gesicht bin ich raus, weil... Und Hände? Hände bin ich auch raus. Hals? Bin ich raus. Weil man es nicht verstecken kann. Weil man es nicht verstecken kann. Mein Tätowierer hat mir damals gesagt, das sieht man bei mir ganz gut, oder die rechte Hand setzen wir hinter an, weil wenn du ein Hemd an hast und irgendwann mal in der Lage bist, jemandem Hallo zu sagen, dann rutscht der Kragen, der Hemdbund hier nach oben und dann sieht man die Scheiße nicht, damit du jemanden begrüßen kannst. Also hat er dir davon abgeraten? Er hat mir gesagt, wir machen das so, weil alles andere mache ich nicht mit dir. Das ist geil. Guter Tätowierer. Ja, natürlich. Ja, Grüße gehen da raus. Der hat halt einfach Erfahrung und der weiß, wovon er spricht und dann lässt du dich da halt einfach... Und darum ist sowas auch eine bewusste Entscheidung. Es ist nicht... Hey, also auch wenn man es überall sieht so, aber der... Das ist halt einfach... Ist halt einfach... So ist das halt einfach. Also nicht ins Gesicht, nein. Gesicht würde ich nicht machen. Okay. Du weißt nicht, wohin dich dein Leben noch trägt. Du hast nur eins davon. Auch wenn die Argumentation... Oh, ich hab nur ein Leben. Ich lass mir das so machen. Nee. Die Argumentation sollte eigentlich die andere sein, weil du hast nur ein Leben und du weißt nie, was dir passiert und deswegen... Ähm... Musst du auf alle Eventualitäten eingestellt sein und... Mhm. Wenn das beispielsweise mit dem Stream nicht mehr läuft und ich von oben bis unten aussehe wie Daniel Gunn... Was sagst du? Twitch-Logo? Tattoo? Auf Nacken? Auf aggressiv? Auf Nacken? Kann man auch ein Linkkabel reinstecken oder was ist das? HDMI-Kabel-Ausgang? Nee, einfach hinten so ganz aggressiv auf Nacken. Dass wenn du vorne wegläufst, du das Twitch-Logo so auf dem Hinterkopf... Ich habe selber einen... Also ich habe selber einen Twitch-spezifisches Tattoo, aber nicht das Logo. Okay. Sondern ich habe für mich etwas gefunden, wo ich sage, dass das das verkörpert. Ja. Aber es ist niemals ein Logo. Niemals ein Logo oder ein Symbol. Mhm. Okay, okay. So, das nicht so. Hast du das irgendwo schon mal gezeigt? Man hat es schon mal ein paar Mal gesehen, ja. Mhm. Aber es ist nicht der Melden-Button. Es ist nicht der Melden-Button, nee. Okay. Also es muss halt etwas für dich sein, wo du sagst, ist cool so. Und wenn ich in irgendeiner Form eine Empfehlung machen kann, dann keine Logos von Firmen, weil die Scheiße kann sich schnell ändern. So, das kann sich einfach schnell ändern. Und da musst du halt... Auf jeden Fall. Da musst du halt durch. Ich habe damals halt auch mal gesagt, das war halt so ganz witzig, als die Leute, als ich so 300 Zuschauer oder 400 Zuschauer hatte, wie kannst du davon leben? So, ich habe immer gesagt, dass ich ein EA-Tattoo auf der Brust habe und damit auf... durch die Gegend laufe und Promomache. Du weißt ja, dass das beispielsweise viele Leute, die tätowieren sich ja auch den Namen von ihrem Partner oder so. Das machen hoffentlich nicht viele Leute, aber es kann sein, ja. Ja, aber ich habe das schon auf jeden Fall gesehen und habe mir einen Kopf gefasst. Meinst du, wenn die Leute dann so ein Twitch-Logo oder so haben und dann sind die gesperrt, dass sie das dann übertätowieren mit einem anderen Mixer-Tattoo oder so? Also, allein die Vorstellung, so, das ist ja insane. Wenn es dann nicht mehr läuft. Bruder. Oder wird das dann einfach durchgestrichen und dann kommt das so daneben? Ich weiß nicht, ob man das einfach durchstreicht. Last, also, nee. Also, ich weiß es nicht. Vielleicht lasern, weglasern. Ja. Lasern kann man ja immer noch, ne? Lasern kann man immer noch. Kostet sehr viel Geld, ist vielleicht auch nicht spurlos, je nachdem, wie viel Schwarz drin ist, aber lasern geht. Einfach durchstrichen. Hast du dir den Ellbogen machen lassen? Alles, ja. Innen, außen, komplett rum. Also, da war ich ja, äh, da war ich ja leicht raus, ne? Ja. Ich bin schon, ich muss schon sagen, ich bin, äh, äh, ich meine dir jetzt, dass ich ein bisschen schmerzresistent bin. Ellbeuge, Ellbogen, alles, volle Programm, Bruder. Da, wo die Nadel da auf den Knochen und das rattert durch den ganzen Arm, da war ich einfach, ja. Das geilste ist, das machst du nicht noch mal. Das geilste ist eigentlich Brustbein. Also, wenn es dann hier, also so oben unterhalb vom Hals, so auf dem, auf dem Knochen ist, Bruder, dann, dann musst du weg. Das ist angenehm. Das ist sehr angenehm. Da weißt du, da weißt du Bescheid, Bruder. Da fängt der Spaß erst richtig an. Oder Rippen. Oder unter den Armen hier, so die Innenseite. Ach, ja. Hast du auch Rippen, hast du Rippen auch gemacht? Nee. Äh, nicht, äh, nicht Rippen. Das, ähm, hat sich noch nicht ergeben. Ich weiß nicht, was ich da draufstellen soll. Ja. Aber so Brustbein hier oben ist halt, uff. Uh, ja. Zzzz, ist ein bisschen wie ein Bohrer. Ja, ja. Ja, das ist, ähm, sehr unangenehm. Ähm, Achsel ist auch sehr gut. Oder, äh. Rippein, also, das ist, die Haut doch so dünn. Kniebeuge. Das stimmt. Mmh, köstlich. Uff. Ah, crazy. Wo waren wir jetzt? Ja. Ich muss auf Klos, ey. Mach mal. Dann machen wir eine kurze Pause. Ja. Mach mal. Bis gleich. Bis gleich. Hast du irgendwas in Zukunft angeplant, wo du sagst, das ist für dich nochmal so ein, also, wo du wirklich planst, das ist für dich so das nächste große Ding? Oder, ähm, läuft das jetzt für dich einfach mal so? Also, was heißt nächstes großes Ding? Na, es gibt ja so, also, ich hab beispielsweise in der Zeit, äh, meine Streaming-Zeit, diesen fünf Jahren, äh, hab ich immer mal Phasen gehabt, wo ich dachte, es kommt was richtig Großes und das mach ich jetzt. Ich hab beispielsweise gesagt, ich mach einen Server auf oder ich hab gesagt, ich mach einen ganzen Podcast mit Team, ähm, was ich teilweise gemacht habe, dann wieder verworfen habe, aufgehört habe, immer noch läuft, so war es halt. Ja, da, äh, da kann ich nicht zu viel verraten, aber 2019 wird rasiert. 2019 wird es rasiert? Mhm. Bezieht sich das jetzt auf deine Friseursucht, oder? Auch. 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 Generell. Immer. Immer zum Friseur. Immer frisch. Frisch, immer frisch. Immer frisch. Okay, also du hast, äh, du hast was vor, ähm, was mich noch interessiert, was auch die Leute immer bei mir interessiert, ich würde es einfach mal von dir wissen wollen, ähm, Sponsoren. Oh, ja. Sponsoren, ne? Mhm. Ähm, gehst du auf Sponsoren zu? Kommen Sponsoren auf dich zu? Was ist deine witzigste Sponsoren-Anfrage, was ist die merkwürdigste, was, was, wie sieht das bei dir aus? Gehst du auf die Sachen zu? Ähm, also meistens die Sachen, also ich gehe nicht mal auf die Sachen zu, hab ich am Anfang gemacht, na, um einfach dann, sag ich mal, ein monatliches Fixum zu, Fixum zu haben. Gott sei Dank muss ich das nicht mehr tun. Ja. Und die merkwürdigste Anfrage, also ich hatte ein paar merkwürdige, die, also wirklich eine, die war wirklich, da hab ich mir echt nur im Kopf, da hab ich die auch angerufen, da hab ich die auch, sag mal, was ist los, habt ihr euch überhaupt erkundigt, was ich mache, was meine Zielgruppe ist, 40, 50 Prozent bei mir, also ich haus jetzt einfach raus, ich hatte eine Anfrage für eine Seite, die Sexspielzeuge verkauft. Und dann hatte ich, und dann hatte ich, dann hatte ich die angerufen und dann hatte ich gefragt, ob das deren Ernst ist, ob die sich überhaupt mit meinem Kanal befasst haben, dass 40, 50 Prozent meiner Community jünger sind als 18, vielleicht sogar 60 Prozent manchmal. Ja. Und wo da der Sinn ist. Ja. Und da war ich halt raus, ne? Also, das hab ich gar nicht verstanden. Sexspielzeuge. Mhm. Schön Eis.de, Bruder. Ähm. Das ist ja super. Das ist ja, äh, ja, die wollen wahrscheinlich, äh, erst mal Zielgruppe akquirieren. Ja. Klingt, klingt super. Fand ich nicht so, also, fand ich nicht so nice. Ja, ich, äh, hört sich, hört sich auf, hört sich nach einem, nach einem, wahrscheinlich wollten die nicht, wahrscheinlich wollten die nicht Miki-TV anschreiben, sondern Fiki-TV. Haben sich verschrieben. Ja, das kann sein. Deswegen ist das bei dir rausgekommen und dann kam dieser, ähm, dann kam diese, um, diese ungünstige Situation. Aber du hast abgelehnt. Ja, dankend. Dankend. Okay. Ähm. Bei mir war es, äh, ich hab das letzte schon erzählt, bei mir war es, sind es zwei gewesen. Die erste war eine, eine Seite, die gefälschte Personalausweise erstellt. Ja, Alter. War eine sehr listige, listige Anfrage. Und die zweite war eine, die, und da musste ich sehr lachen und ich, irgendwie bereue ich es ein bisschen, war eine Deutsch-Nachhilfe-Seite. Die haben in meinen Chat reingeguckt und haben gesagt, die brauchen eine Deutsch-Nachhilfe und dann haben sie mir das angeboten. Ne. Doch. Kein Joke. Sehr nice. Sehr geil. Damals, damals hat die Seite mich noch auf Facebook angeschrieben, direkt über die Gemeinschaftsseite, das war super witzig. Eine sehr lustige Anfrage habe ich jetzt, ähm, vor zwei Wochen bekommen. Ja. Ähm, da hat mich ein Schulleiter einer Hamburger Schulle angetrieben. Oh. Dass er mit mir ein persönliches Gespräch sucht. Ja. Weil er möchte, dass seine Schulklassen gegeneinander Fortnite spielen. Bruder, muss los. Ja. Das ist ja geil. Weil er findet, dass er, sag ich mal, in einem geregelten Maß nicht mehr um Fortnite, er hat es gesagt, er kommt nicht mehr auf dem Schulhof um Fortnite rum. Ja. Dass er sagt, er möchte das einfach gezielt eindämmen und auch irgendwo machen. Ja. Weil er findet, das würde die Gesellschaft auf dem Schulhof stärken. Und das ist ziemlich krass, wenn ich überlege, dass ich damals, ich wurde ja fast schon verspottet, wenn ich gesagt habe, ich habe WoW gespielt. Ja. Damals in der Schule. Wenn ich da einfach zurückdenke und überlege, dass der Schulleiter dann so raushaut, ja, wir können ja alle mal zusammen raiden gehen. Da war halt, das war einfach für mich krass. Ich fand das krass. Das ist aber top. Wann fährst du da hin? Ja, also ich habe mit dem geschrieben, die E-Mail steht noch aus, ich muss dem noch antworten. Ja. Aber ich würde mich mal einfach gern mit dem treffen, wissen, was das für ein Schulleiter ist, wie der, was der genau vorhat. Weißt du, was das ist? Das ist ein richtiger Pädagoge. Ja. Der macht sich Gedanken, das scheint richtig cool zu sein. Ja. Ja. Ja, nee, mach das mal. Ja. Klingt krass? Ja, auf jeden. Holy shit, Alter. Das ist cool. Und jetzt, neben diesem ganzen, also ich meine, das ist ja auch kontrovers, ne? Diese ganze Fortnite-Sache. Kontrovers auf der Basis, weil sobald eine, sobald im Internet die Generation 20 von der Generation 10 abgelöst wird, findet die Generation 20 halt alles scheiße, was die Generation 10 macht, ne? Grundsätzlich. Ah, die Kids wieder, ja. Hören wir uns an wie unsere Eltern. Ja. Aber man muss ja eins sagen, ne? Die Tatsache, dass ich, dass junge Leute sich eher mit einem Schultanz, mit einem Videospieltanz auseinandersetzen und über Videospiele sprechen, ist schon ziemlich geil. Also es ist schon, es ist eigentlich schon ziemlich geil. Ich glaube zu, zu deiner Zeit und zu meiner Zeit, ähm, hat man halt hinter vorgehaltener Hand gesagt, dass man zu Hause eine Xbox stehen hat und Halo geil findet. Richtig. Ähm, ähm, oder, oder irgendwie sowas in diesem Rahmen. Ja. Und davon ausgehen zu können, dass du eine krasse Fortnite-Runde hast. Also gehen wir mal davon aus, du hast eine krasse Fortnite-Runde gehabt oder hast einen Tag irgendwie drei Wins gezogen hintereinander und bist dann mit einem deiner Schulkollegen in der Lobby gewesen. Und dann gehst du am nächsten Tag zur Schule und dann feierst, feierst du dich dafür ab und dann wird davon geredet und das ist irgendwie witzig. Also das, hallo? Wie krass ist das? Ja. Wie krass ist das? Das ist mega krass. Ja. Und so, so lächerlich, wie ich das manchmal finde, weil ich da nicht reinkomme. Hey Jungs, aber. Sorry, die Hunde. Ey, was ist hier los? Was machst du da? Hä? Ähm, so krass ich da nicht reinkomme, weil ich irgendwie nicht mehr, weil ich das Spiel nicht zocke, so cool ist das eigentlich. Ja. Man, das weiß ich nicht. Wie gesagt, es ist halt wirklich, es ist halt wirklich ein, ein wirklich schwieriges und da kannst du auch, da können wir jetzt noch Stunden drüber reden, aber wenn man sich das mal vorstellt, dass das wirklich Thema ist, nicht nur unter den Schülern, sondern auch bei Lehrer, Eltern und gleichzeitig kommt ein Schulleiter auf einen Content Creator dazu und sagt, ey, ich muss es irgendwie, die paar Klassen integrieren, das ist schon ein heftiger Step. Das stimmt. Da weißt du dann wieder nämlich auch, wieder zurück, warum manche dann schreiben, ey Micky, hast du mal einen 10er PSF gehabt? Ich brauch den Skin. Ja. Weil, wie gesagt, und da wäre dann halt wieder auch was Geiles, wenn ich in Schulen gehen könnte, Kontakt mit Schülern hätte und denen sage, ey, ihr braucht diesen Skin nicht, ihr seid damit nicht cooler oder uncooler, so. Auch ein wichtiger Step. Sehr, sehr wichtig. Total. Also wirklich, total. Um auf diese Sponsoren-Sache zurückzukommen, weil da sind wir hergekommen. Ja. Ähm, was, also kann man, kann man dir einen Betrag nennen und wenn du nicht zu 100, also gibt es, gibt es, ähm, bei dir den Gedankengang, okay, ab einem bestimmten Betrag ist scheißegal, was das für ein Produkt ist, wenn es jetzt nicht Sexspielzeuge ist oder so, aber sowas. Nee, gibt's nicht. Gibt's nicht. Gibt's nicht, nee. Hatte ich auch alles schon. Also in meiner Blütezeit von Fortnite, ne, da hatte ich so heftige, ich kann's dir später gerne mal schreiben, nur einfach so, damit du weißt, was abging, ne, aber ich hatte da wirklich heftige ein- bis zwei-Jahres-Verträge liegen, wo ich gesagt hab, ey, du butterst da jetzt die ganze Werbung raus und nur noch Vollgas und hier und da, aber das ist dann halt für mich nicht mehr Streaming und Community, auch wenn du das Wort nicht magst und emotionale Bindung und du hast auch eine gewisse Verantwortung, deinen Zuschauern, deinen Zuschauern, Subscribern, egal was es ist, gegenüber, so. Deswegen, da bin ich raus. Und ich hatte die Möglichkeit, und erst wenn du die Möglichkeit dazu hattest, als Streamer-Content-Creator und dann dankend Nein sagst, weil du ganz genau weißt, du verbrennst dich an diesen Sachen, weil es, dann bist du raus. So, und dann ist einfach, das ist einfach moralisch verwerflich. Was sind das für Anfragen gewesen oder von welcher, äh, von welcher Kategorie von, von Firma sprechen wir da? Boah, allen möglichen. Allen möglichen. Also, also wirklich, äh, von Klamotten. Ja. Wirklich, wirklich richtig, richtig schlimm Drecksklamotten in der Herstellung für gefühlt anderthalb Cent. Ja, ja, ja. Mit, äh, Nahrung, Alkohol. Alkohol? Also alles mögliche. Alkohol, ja. Mhm. Okay. Ähm. Aber du bist ja, du hast dich ja jetzt entschieden, ne? Also, ich glaube, du hast einen Hardware-Versandhandel. Mhm. Du hast, ach Bruder, jetzt muss ich erstmal hier gucken. Äh, du hast deinen eigenen Merc-Store. Mhm. Glaube ich, wo du deinen eigenen Klam machst. Ja. Warte mal, jetzt muss ich mal gucken. Äh, und du hast Stühle. Auch. Und, ähm, ich weiß, was hast du noch hier noch? Ach ja, hier, du hast, äh, Nahrungsergänzungsmittel. Ist das nicht dieses Getränk? Ja. Ist das nicht... Das Pulver. Das Pulver, ja. Ist das, ist das sowas wie GFU? Also, darf ich, darfst du GFU sagen? Oder ist das... Ja, natürlich darf ich das sagen. Okay. Also, also, das, also, das, das kommt nur, dass ich hier irgendwas nicht sagen darf. Ja. Und da irgendwas so erschrieben habe, weil so, nee, da wiegt mein Mord, äh, da wiegt mein Wort mehr als, äh, der Vertrag. So, sonst kriege ich da gar keine Partnerschaft ein. Okay. Aber sag ich mal, das Produkt an sich, es ist, ich, wie gesagt, davor hab ich auch, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, mit Kaffee, Energy und sowas. Nee, hatte ich nicht. Also, ich trinke das, aber ich... Trinkst du, aber du bewirbst es nicht. Genau. Okay. Ja. Und bei mir ist es halt so, ich, 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 nimm nichts anderes mehr. So, also, kein, äh, kein anderer Energy oder Kaffee, nur noch das, weil ich auch einfach sage, ich kann, das hat wirklich einfach, ey, guck mal, ich mach schon wieder Werbung, weil ich, ich mach schon wieder, lass gut sein, ist einfach geil. Und ich bin, ich bin stolz drauf und ich mach das und ich zieh das durch, ich hab mich lange damit auseinandergesetzt und fertig. Und ich hatte auch Deals von anderen Energy-Dingern mit Gutkohle und hab Nein gesagt, weil ich mich informieren lassen wollte, so. Und das ist mir wichtig. Ja. Ja, solange du dahinter stehst, ist das ja wichtig. Hier steht beispielsweise auf der Seite, damit meine 110 Kilo Dominanz im täglichen Stream in Schwung kommen, brauche ich Level-Up einfach, ich bin froh Partner zu sein und feier die Geschmäcker enorm. Ja. Die sind auch nicht so viel, sondern die sind eher, äh, die sind eher... Aber du bist schwerer als ich, ne? Ich bin ja auch zwei Meter größer als du. Also, so groß bist du jetzt nicht. Was? Ja. Das, was du vielleicht ein bisschen, sag ich mal, eine halbe Stunde größer, das hol ich dann wieder ein mit der Wendigkeit. Ich wollte gerade sagen, die dechstliche Wendigkeit. Ganz genau. Hm. Fiese Viecher, so Dachsel. Ja. Wenn du wüsstest, wie flink ich bin. Hab ich schon gesehen. Auf der Gamescom habe ich dich einfach verloren. Warst du einfach weg? Wusch. Zack. Zack. Weg. Komplett vorbei. Agil. Agil, dynamisch. Sehr agil. Ja. Ähm, okay, also du gehst nicht mehr auf schon so und so, sondern du wirst halt angeschrieben. Ja. Du, ähm, hast dein Portfolio an Partnern. Genau. Und, ähm. Wo ich auch, das war auch wieder, war wirklich auch am Anfang, ich finde das ja, ich finde das ja auch sehr, sehr schwierig. Ja, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, wie lang du da schon mit deinen einzelnen Partnern zusammen bist, ne? Ewig. Ja. Und das ist das Geile. Je länger, je länger das ist, desto besser. Und ich war ganz, 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 ganz misstrauisch und nochmal eine Nacht drüber geschlafen. Weil wenn ich jetzt, ja, beispielsweise nächstes, äh, nächsten Monat nicht mehr das bewerbe, sondern irgendwas, äh, anderes. Ja, dann sitzen wir hier beim nächsten auf ein Wort und dann sagst du, äh, sag mal, was soll denn dieses Sponsor-Hoppering? Ja, was soll denn das hoppen? Ja. Geht's hier um Geld oder hast du nicht genug? Nee, das ist richtig. Du musst. Und das Geile ist halt auch, wieder Community und so weiter. Auch wenn du sagst, du hast da keine Bindung zu und so weiter. Aber gerade, weil du so bist, wie du bist, Stay, hast du dann halt auch hinten raus einfach, sag ich mal, durch das Vertrauen, eine Kaufkraft. Weil du, weil du dieses Vertrauen und die Bodenständigkeit mitnimmst. So. Und das ist sehr, sehr wichtig. Das ist sehr, sehr wichtig, langfristig gesehen. Das, ja. Ähm. Uff, jetzt muss ich kurz mal nachdenken. Ja, ist okay. Ja. Ja. Das ist soweit korrekt. Verantwortung ist richtig. Ähm. Und... Die damit einhergehende Pflicht, dass man Sachen auswählt, die nicht irgendwie kompletter Bullshit sind, weil die Summe stimmt. Ja. Weißt du? Also, das ist so dieses... Genau. Das ist wichtig. Das wollte ich halt auch mehr oder weniger jetzt mal von dir hören, weil... Ähm. Du hast von Summen gesprochen. Ich, ähm, habe... Ich kriege wöchentlich irgendwelche E-Mails. Ich habe heute eine gekriegt von einem Keystore. Mhm. Also, wo so Russenkeys runterfallen. Ja. Äh, von Spielen. Und das sehr... Ich war auf der Seite und das sah aus, als ob ich auf so einer Kryptowährungsbörse bin. Weil so viel Farben eingeblendet wurden. Was Rot und was Grün und Gelb. Und ich dachte mir so, okay. Dann habe ich, äh, mal geschaut, was die... Der hat einen Twitch-Kanal und der war auch gebottet und so. Und dachte mir, alles klar. Mhm. Äh, muss gerade weg. Mhm. Aber... So ein Sponsor macht was mit deinem Stream, was, ähm, ein wichtiger Schritt für jemanden ist, der ne... Der business-technisch damit agiert. Und zwar gibt er dem Stream Kredibilität. Und wenn du... Also, ich habe jetzt schon mit vielen Firmen zusammengearbeitet. Mit, ähm, MSI, mit AMD, mit Intel, mit, ähm, mit Samsung. Ähm... Samsung? Ja, ja. Schon sechs, sieben Mal. Mhm. Und die... Das finde ich gut. Dieses Portfolio an Firmen gibt dir halt das Selbstbewusstsein zu sagen, dass das, was du machst, auch ein Job ist. Also, dass das auch legit ist. Weil es ja auch immer noch im Raum steht, zu Recht, dass man sagen kann, ey, Bruder, du sitzt da und steckst die Kohle ein, ne? Ähm... Das, äh, das verhindert das Ganze so ein bisschen, weil, ähm, weil diese Firmen, diese riesigen Firmen dich halt als, als, als Partner sehen, der in dem Moment eine Summe wert ist, um die Produkte auf qualitativ hochwertiger Basis, die du dir, die du entscheidest, ob die, also ob die das wert sind, auch, äh, dann vermarkten kannst. Und das ist kein, das ist, das ist, das ist krass. Als ich das das erste Mal realisiert hab, dachte ich, das ist krass. Das ist wirklich, wirklich krass. Und bei mir, das, vielleicht machst du das, das kann ich ja mal wissen. Ich nehm nur Fixum. Ich hab keine Affiliate-Programme. Hast du sowas? Ja. Arbeitest du mit Affiliate-Programmen noch? Ich hab beides. Beides. Mhm. Das heißt, äh, die geben dir ne Summe und dann über den Affiliate kommt noch was dazu. Genau. Okay. Plus, wenn das und das erreicht ist, noch mehr Fixum. Bonus. Bonus, okay. Okay. Ähm. Einfach aus dem, einfach aus dem, äh, beschäftigen Aspekt, weil du vom Zwischending meistens unterm Strich, äh, sag ich mal, besser was bekommst, als nur von einer Sache Affiliate oder Fixum. Und gleichzeitig musst du dann auch je nach Partner dann auch wieder abwiegen, ist nicht wieder das Fixum vielleicht da besser? So. Weißt du? Du musst halt deine Zahlen kennen. Richtig, du musst deinen Wert kennen. Genau. Das ist, äh, Wertberechnung ist auch etwas, was, äh, wo die Leute, ähm. Na, da geht's richtig los. Da, wo die Leute arge Probleme haben. Boah. Ei, ei, ei. Oder auch Leute oder Firmen, die in dem Gewerbe noch neu sind und, äh, dir dann irgendwie so eine Zahl sagen und du so, hä? Ja, ist heftig. Was? Und das Problem ist, dass der Markt, also dann kommt, das, das, ich hatte mal ein Gespräch, ne, mit einem Sponsor, Potenzial. Und ich hab dem gesagt, das ist mein Preis. Ja. Das ist der Preis. Ja. Ich nenn die Summe jetzt nicht, aber das ist der Preis. Und dann hat der geschrieben, der arbeitete schon mit, äh, Leuten zusammen. Ja, aber, äh, der, unser Größter, kommt, bekommt nur das. Und das war so ein Zehntel davon. Ein Zehntel. So, es war irre, wie niedrig. Und ich so, warte, was? Der macht das für die Summe? Ja. Da fragt man sich, ist das nicht schon gepokert? Und dann, und dann sag ich, und dann bist du halt der Gefickte, weil du sagst, das kann ich leider nicht machen. Das kann ich nicht machen. Wenn er das macht, ist das okay, aber ich kann das nicht tun. Genau. Und wenn die Leute sich auf Basis der Unwesenheit oder weil sie es, also weil sie es nicht besser wissen oder weil sie sich unter Wert verkaufen oder weil es nur darum geht, irgendwie, irgendwie mal ein Fünfer einzustecken, so deutlich unter Wert verkaufen, schadet das der gesamten Branche. Weil ich kann, ich habe eine Verpflichtung oder ich und du, sagen wir mal, oder du und ich, das Aschloch nennt sich immer zuerst, haben eine Verpflichtung den Partnern gegenüber. Und diese Verpflichtung besagt, dass du einen Wert für deine Leistung ermittelt hast, die in einvernehmlichem Vertragsabschluss mit diesem Partner bezahlt und gewährleistet wird. Und wenn du jemanden kommst, der die Hälfte oder nur ein Viertel davon zahlen will, wertest du automatisch alle anderen Partner ab. Ja. Und dann ist das schon Betrug. Weil wenn du jemanden reinlässt, wenn du einen Laden hast, wo das Schnitzel 10 Euro kostet und das Schnitzel kostet nur mal 10 Euro und er will ja rein, er will aber nur 2 Euro bezahlen, dann kann er das Schnitzel aber nicht essen. Richtig. Ist ein 10-Euro-Schnitzel. Das Ding ist halt, ich denke, gerade ist es da halt auch von den Firmen ein wirklich interessantes Thema für auch alle Leute, die in der Zukunft vom Stream, lassen wir mal YouTube weg, die vom Stream, also nur vom Stream existieren wollen. Weil wir haben so einen Ansturm und ich habe mehrere Beispiele von Firmen, die schreiben 40, 50 Fortnite-Streamer an. Ja. Und die gucken, wer es fürs Wenigste macht. Ja. Ja. Und die wissen alle nicht, dass sie sich damit selber ins Knie schießen. Genau. Sie wissen es nicht, weil sie sich denken, oh, ich lieber nochmal mitnehmen. Ja, genau. Weil du nämlich... Und das ist echt heftig. Das ist echt heftig. Und das Einzige, wie du das auch so ein bisschen, wo du so ein bisschen, sag ich mal, gegenwirken kannst, ist, erst mal, nimm dich jeden Scheiß mit und wieder auch, sag ich mal, ein Vertrauen durch Erfahrung deiner Community gegenüber aufzubauen. Und ich kann dir, ich kann dir beispielsweise ein krasses Beispiel nennen von meinem Merch-Shop. Ich habe meinen Merch-Shop, da steckt viel Arbeit drin, da steckt Geld drin und als ich die ersten Tage lang sozusagen die Sales gesehen habe, da dachte ich, uff. Heftig. 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 Echt so wenig und dann ist was Geiles passiert. Die Leute, die Vertrauen hatten und Sachen gekauft haben, haben mir dann geschrieben, ey, ich habe schon mal bei dem und dem gekauft und war zutiefst enttäuscht. Und diese Leute haben dann noch ein Shirt und noch ein Hoodie und noch eine Cap gekauft. Und da wusste ich wieder, so viele Leute machen es verkehrt. Deswegen, bau Vertrauen auf, zieh dein Ding durch, mach Produkte, Firmen, zieh das langfristig durch, gib da Gas und du wirst den Unterschied erkennen. Weil da musst du einfach, bei Firmen musst du einfach weg von Quick und Dirty, sonst bringt das nichts. Sonst hast du da, sonst hast du da ein Ja, hast du was davon und danach tschüss. Lässt du dich in, hast du dich von, von, also von random Hardware-Herstellungen, die dir beispielsweise eine Grafikkarte schicken, hast du dich von dem, wurdest du da mal in Hardware bezahlt? Noch nie ganz. Okay. Also Hardware und dann noch was dazu, ja? Ja. Ja. Das ist gut. Weil das geht so irgendwie, das geht so, ich habe beispielsweise, also jetzt, ganz, ich mache mal nachvollziehbare Kritik. Ähm, äh, ich habe in letzter Zeit, du hast RTX gesagt gleich am Anfang und ich wollte nicht komplett reingrätschen, aber jetzt kann ich ja sagen, äh, diese, das, äh, Nvidia hat sich dieses Jahr bei der Veröffentlichung von ihren neuen Grafikkarten auf, ähm, Influencer jeglicher Art eingeschossen. Die haben nahezu jedem halbwegs Interessierten eine Grafikkarte geschickt, ihrer neuen Grafik, also ihrer neuen, ihres neuen Repertoires, die RTX-Karten. Ja. Und pumpen damit mehr oder weniger den Markt voll und, ähm, und, und, äh, machen so, machen so intelligent, aber irgendwie auch merkwürdig Werbung. Denn das Problem bei RTX-Karten ist, und darum sollte man, sollte man die, das ist alles meine Meinung, nicht bewerben, ist, dass das Feature, was beworben wird, nicht existiert. Es gibt kein aktuelles Spiel auf diesem Markt. Ja. Das Erste, was kommen soll, ist entweder Tomb Raider mit einem Patch, was ich nicht glaube, Ja. Oder, äh, Battlefield. Und das ist wohl nicht so gut, ähm, das ist, aber du bist, ja, ja. Warte, ich erklär's kurz zu Ende, sind die Ersten, sind die Ersten, also das sind die Ersten Spiele, die kommen sollen, und die Karte ist halt teuer, und das Feature, was benutzt wird, existiert noch nicht. Ja. Und darum sollte man halt eventuell ein bisschen zurücksetzen. Ja, da bist du deutlich, da bist du deutlich vernünftiger als ich, sag ich, aber das Ding ist halt einfach, ich wollte einfach haben. Ich wollte haben. Hm. Hast du eine 2080.ti? Ja. Ja, Bruder, muss los. Ähm. Wieso? Ja, das ist die Krasse, also das ist die Große, darum wollte ich, darauf wollte ich. Ja, also ich, ich lasse mich hier mit weniger abspeisen. Ja. So, und nur die Karte hätte ich auch nicht genommen, aber, um darauf zurückzukommen, ähm, also das hat einen Grund, das hat einen Grund, warum das so passiert ist, wie es passiert ist. Mhm. Ähm. Das sagen, scheiße. Ja, muss, also wenn, ehrlich. Man kann alles sagen, man kann alles sagen, man kann alles sagen, also es ist, ähm, jetzt, also jetzt nicht, bei, bei der RTX-Geschichte, Stay, ja, ähm, bei einer anderen Geschichte ist es so gewesen, dass eine Agentur sich zwischenschaltet, die die Arbeit für die jeweilige Firma übernimmt. Ja. Die schreiben viele Leute an. Ja. Aber die Agentur wird gut von der anderen Firma bezahlt. Aber nur, sag ich mal, die, die Influencer, ne, die ihnen nicht auf den Kopf gefallen sind, blicken da durch und wissen, wie sie mit der Agentur umgehen sollen. Und das ist das Schwierige. Ich weiß, ich weiß sogar, ich call jetzt mal nicht, aber ich, ja, schwierig. Ähm, ja, ja, werde ich vielleicht mal, äh, in einem Stream, äh, ja. Es gibt auch Agenturen, die sich fürstlich bezahlen lassen und dann, ähm, hinten und vorne bei der eigentlichen Vermarktung, äh, die Kohle eng bemessen. Ich, 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 ich kenne da so, uff, da müsste ich jetzt aber callen, so, da müsste ich, und das möchte ich jetzt nicht. Aber ja, ja, ich, äh. Vielleicht ist, ja, die, ja, wer weiß, ne, vielleicht hat die Seite dann auch irgendwie einen Kanal der Twitch-Partner ist, dass die, die wir dann rumgehen sollen. Ich muss mal kurz los. Ich bin kurz weg, Moment. Ja, bis gleich. So, ich bin wieder da. Ja, sehr gut. Ja, kann ja sein. Kann sein. Mal nachgucken. Ja, ich, äh, vielleicht so. Aber, ähm, um nochmal auf eine Sache zurückzukommen, Affiliate. Der Grund, warum ich keine Affiliate-Deals annehme, ist, vielleicht siehst du das anders, weil man mit Affiliate immer den Drang dazu verspürt, zu verkaufen, weil man sonst nichts bekommt. Oder weniger. Ja. Der Grund nimmt mir komplett die Möglichkeit, Affiliate-Deals anzunehmen, weil ich nicht möchte, dass es jemals der Eindruck entsteht, dass wenn Leute diesen Link nicht nutzen und das nicht, oder das nicht reindrücken, dass sie da, ähm, dass, dass, dass ich dann nicht supported werde. Und das ist, darum nutze ich Affiliate jetzt nicht. Ja. Weil du kein, weil du nicht der Türverkäufer bist mit dem Staubsauger, sondern du bist halt jemanden, wo die Leute Vertrauen zu aufbauen und sowas. Darum, ähm, würde ich das dann nicht nutzen. Wie stehst du dazu? Ja, ja, ähm, da ist halt wieder, ähm, ja, die Frage ist, ist das für dich schon im Bereich Affiliate moralisch verwerflich, dass du sagst, ich nehme lieber monatlich 1250 Euro Fixum anstatt, ähm, äh, 900 Euro und 20% Affiliate irgendwas? Ja, das ist für mich schon, also ich gehe gar nicht, also nicht moralisch verwerflich, ich mache, moralisch verwerflich heißt, dass ich einen Maßstab setze, der für alle gilt und das kann ich nicht. Also beispielsweise sind sich alle geeinigt gewesen bei der Glücksspiel-Sache, fast alle. Ja, waren sich einig, dass das irgendwo moralisch eine fragwürdige Sache ist. Bei einem Affiliate-Deal ist es so, dass es ist eine, ist eine, eine, eine Möglichkeit, um sicherzustellen, dass Firmen genau das bezahlen, was sie in Anführungsstrichen an, an, ähm, an Leistung bekommen. Das heißt, wenn über den Streamer oder über den Influencer was generiert wird, dann wird auch etwas weitergegeben. Das ist transparent und das ist einfach. Aber es gibt, es suggeriert irgendwo dem, dem, es gibt diese, dieses Gefühl weiter, wenn du dieses Jahr, wenn du diesen, wenn du heute nicht 50 Leute davon überzeugen kannst, das auf dem Affiliate-Links zu kaufen, dann gibt es ja heute gar nichts so. Und das ist halt etwas, was im Influencer-Bereich so ein bisschen, hm, ist. Und das Problem sind da halt auch wieder wirklich viele große YouTuber, die ich auch selber kenne, die nur auf dieser Basis arbeiten. Das ist halt schwierig. Und da kriege ich die Krise. Ja. Das macht es dem wirklich, den Leuten, die da wirklich, ja, einfach, äh, die, die da von monatlich existieren wollen, sehr, sehr schwierig. Sehr, sehr schwierig. Es ist halt, du bist halt kein Verkäufer, wisst du? Also du bist, du solltest kein Verkäufer sein, du solltest jemand sein, der aufgrund seiner Kredibilität, seiner Größe und Relevanz, so wie eine gut platzierte Werbetafel einen Preis hat. Weil wenn du weißt, dass an dieser Werbetafel so und so viele Leute vorbeigehen und mit der Werbetafel sogar interagieren können, sie können ihre Meinung dazu schreiben, sie können mit der reden, sie können, Interaktion ist da ganz neu definiert, meiner Meinung nach, ähm, wenn du das hast, dann sollte es keine Rolle spielen, was umgesetzt wird, weil die Leistung mit der Werbung ja schon erbracht wird. Und das jemanden rüberzubringen, der das nicht macht oder der das noch nicht kennt, das ist sehr schwierig. Ja. Aber es ist super wichtig, weil Menschen wie du und wie ich auf Basis dieses Modells fix existieren können und wenn ich Leute, wenn ich mit Firmen spreche und das passiert nicht selten, dass ich mit potenziellen Sponsoren spreche, die dann sagen, nee Bruder, das geht so gar nicht, weil wir können das nicht machen und das komplett dran vorbeigeht, die Argumentation dann, ähm, dann ist das halt so und dann bin ich komplett raus. Also komplett, dann bin ich komplett, ähm, bin ich komplett weg, weil dann, ich hab das dann dann auch nicht notwendig. Also ich bin an den Positionen, an denen ich sage, entweder funktioniert das oder funktioniert es nicht. Ja. So, es ist, es ist halt einfach, ja, jetzt mal alle unten bei Alternate draufklicken. Ne, also ob ihr da draufklickt oder nicht, ich verdiene da nicht, ist mir scheißegal. Das ist ein, das ist ein Tracking-Link, aber da, I don't give a fuck. Pusten erstmal, ne? Ja. Drei Stunden schon um. Jo. Das ging schnell. Mhm. Doch, das tust du, wenn Alternate pleite geht, bekommst du auch nichts mehr, so einfach ist das. Das ist eine sehr unreflektierte, dumme Aussage. Aber, ähm, ich kann die ganzen 35.000 Punkte auch nicht aufzählen, die das aushebeln. Ähm, darum würde ich es einfach so stehen lassen und lass dich in dem Glauben, dass Alternate einfach pleite geht und dann kriege ich nichts mehr und deswegen verdiene ich da, ja komm mal, Bruder. Das Argument ist halt, das ist leider schwach. Leider muss ich da los. Muss ich gehen, leider. Ähm. Ja, ich mag, ich, ich, ich mag das, ähm. Das ist halt, das Argument ist übrigens auch, wenn Amazon pleite ist, ist, äh, jeder Streamer pleite, so. Es ist, komm mal, Bruder. Ja, Bruder, und Artikel 13, ne, nächstes Jahr, dann, äh, YouTuber hören auch auf oder die ganzen Kommentare da bei YouTube sind dann voll mit, äh, YouTuber müssen wieder arbeiten gehen und, also es ist. Ähm, ja, wird halt eine neue, wird halt ein neues Arbeitslosen hoch geben. Ja. Ähm, aber krass. Ja, ich, ich gehe nicht davon aus, dass Artikel 13 Twitch so sehr tangieren wird. aufgrund der fehlenden europäischen, äh, Platzierung. Ähm. Ich weiß aber gar nicht, wie sich das auswirkt. Äh, müssen wir mal gucken. Macht ein Podcast auf Spotify? Ja, ich will hier Jan Böhmermann und Olli Schulz nicht verdrängen, von der Eins. Nee, Podcast ist auch, also, ja, Podcast ist auch was Cooles, aber jeder dahergelaufene Knecht macht ein Podcast. Ja. Jeder. Mhm. Jeder. Es ist irgendwie trennt, einen Podcast zu haben, sobald du meinst, dass du deinen Dünnschiss ins Internet flezen kannst, musst du einen Podcast aufmachen. Deswegen ist, nein. Dann lieber sowas Spontanes machen. Das ist dann halt auch noch. Ja. Nicht in so ein Format gedrückt, sondern du kannst über alles reden, du kannst alles machen. Es ist nicht so ein, äh, ich muss wieder Podcast machen, muss wieder aufnehmen. Nee, lass mal. Nee, nee. So, nee. Ich würde mich freuen, lass mal das letzte, mein, also wir sind schon ordentlich dabei, aber eins der letzten Themen ansprechen. Mhm. Ich würde mich freuen, wenn, ähm, ähm, ich würde mich freuen, wenn, äh, Twitch die Partnerstandards wieder anzieht. Wie siehst du das? Oh. Ja, jetzt kommt die, jetzt kommt die riesige Schelle, Bruder. Muss ran. Aber wie, aber, ja, die Standards wieder anziehen und dann den anderen wieder wegnehmen, oder? Nein, das, das, das hab ich nicht gesagt, sondern ich meine die Akquisienstandards der Twitch-Partnerschaft. Ich, äh, finde, das sollte, äh, angezogen werden. Also es sollte wieder auf Standards gehoben werden, die mir das Gefühl geben, dass nicht jeder mit 20 Zuschauern, der mal einmalig 70 Zuschauer hatte, äh, einen Partnerschaftsbutton kriegt und dann wieder einbricht und dann hat er halt den Button und darf von Stay nicht beleidigt werden. Wie siehst du das? Ja. Es wär auf, also, es wär wenigstens so ein bisschen höher. Also ich würd, ich würd tatsächlich 200, also als Richtwert jetzt Beispiel, einfach so vom Bauch hinaus, ohne viel nachzudenken, würd ich, glaub ich, einfach 250 Zuschauer sagen. Ähm, also versuchen wir erstmal die eine Frage zu klären und dann die andere. Ja. Also du, du denkst, ist der, ist der, ist der, ist der, ist der, ist der Standard so niedrig? Für, für was? Für die Partnerschaft. Um den Partnerschaftsvertrag angeboten zu bekommen. Ja, aber Stay, Twitch ist doch, Twitch ist doch, Twitch ist doch ein, auch ein Unternehmen. Ja. Ne, Amazon. Ja. Und das ist sehr, sehr, also aus Unternehmersicht, ne, ist es, deswegen kriegst du mit, äh, 20 Zuschauern und 100 Subs kriegst du die Partnerschafts-Ding. Ja. Das ist halt einfach, ja. Weil du wenige Leute, die dir zuschauen, motivieren kannst, Subs zu giften und den ganzen Spaß. Das heißt, da ist ein, da ist ein Streamer, der hat 15 Zuschauer. 5 Zuschauer sind seine Kollegen, die 5 anderen Zuschauer, ich weiß nicht, wo die immer herkommen und die anderen 5, die gucken ihnen wirklich zu. So. Diese 100 Subs sind nur wahrscheinlich von einem, der wirklich zuguckt und 3 von Freunden und die giften richtig rein und sagen, ja, hier, du Sch*** und Partner und Emotes und hier und da. Das ist halt einfach, ja, Money. Ja, aber es ist auch als Affiliate einfach Money. Du kannst es nämlich schon als Affiliate machen. Ja. Also, aus der Perspektive Unternehmer ist es als Affiliate mit 3 Zuschauern, das ist die Voraussetzung, ist dein Subbutton da. Du hast auch eine priorisierte Stellung, wenn es um Transcoding geht und du kannst auch schon eine Emote hochladen. Also, jetzt mal eine Frage, ne. Also, Affiliate, da, da, also, ja, da hört es dann auf irgendwie bei mir. Also, da bin ich, ja. Wieso? Was, was? Weil, ich habe wirklich das Gefühl, Affiliate hat jeder, der mal kurz den Stream anmacht. Ja, ist ja auch so. So soll das ja auch sein. Das macht Twitch nämlich genau so, wie du gesagt hast. Twitch will Geld verdienen. Und Kleinvieh macht auch Mist. Und Affiliate-Status bedeutet, dass du sofort, wenn du kannst und wenn du darüber, wenn du die Verträge unterschreibst, sofort, dass du sofort abonniert werden kannst und dass Leute sofort Geld geben können und du sofort die dazugehörigen, die Affiliate-spezifischen Vorteile genießt. Was Emotes sind, was ein Chat-Badge ist und was, was die, was die, was halt das mit dem Transcoding ist. Und es geht halt sofort los. Was ich nicht verstehe, ist, wenn das Unternehmerperspektive ist, dann verdient Twitch mehr an Affiliates, wenn die länger Affiliate sind, als an Partnern, weil die da keine Werbungsausschüttung machen müssen. Wenn ich Twitch bin, dann würde ich mir wünschen, ich hätte mehr Affiliates als Partner, weil verfickt nochmal, da verdiene ich richtig Asche. Also ich denke, dass dieser Partnerstatus trotzdem noch für die Leute so eine kleine Zwischenetappe ist. Genau, das sollte es ja nicht sein, aber ja. Aber ist es? Ja. Ist es so eine Zwischenetappe zwischen, ich fange an zu streamen, bin Affiliated, bin Twitch-Partner und dann irgendwo drauf hin, kann ich eventuell davon, das ist die Frage, ist der nächste Schritt dann schon, könnte ich eventuell dann irgendwann davon leben, wenn ja, wann? Wo ist da der nächste Step? Also der fehlt mir da auf jeden Fall nach dieser Twitch-Partnerschaft und ist sozusagen die Twitch-Partnerschaft einfach, ja, so eine... Die Philiates kriegen nicht 75% in die Tasche von Twitch, das ist 50-50. Also das kurz zum Aufklärungs, 50-50. Ja, ist einfach die Twitch-Partnerschaft einfach so ein nächster Step nur, um die Leute weiter anzuspornen und sonst weiter nichts mehr? Ist das der Haken? Ja, genau, es ist dann vorbei. Das Problem ist, also meiner Meinung nach ist das Problem, und das wird mir die ganze Zeit immer wieder, der kann keine kleine Partner nicht leiden. Ich kann Leute nicht leiden, die Blödsinn erzählen erst mal. Ich kritisiere stark und scharf das, was im deutschen Partnership, das ist ja unterschiedlich. Es gibt ja für jedes Land ein eigenes Partnership, ein Partnership-Team. Das heißt, die Partnership-Teams sind strukturiert in den einzelnen Ländern und die entscheiden, was im jeweiligen Land dann gepartnert wird. Und das ist unterstellt und bla 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 bla. Und jedes, es gab eine Umstellung vor, ja, vor Monaten gab es eine Umstellung. Diese Umstellung beinhaltete die Achievements, du kennst die sicher. Weißt du? Damals war es so, das hieß, hab 500 Zuschauer und du wirst eventuell Partner. Und dann sind Leute reingekommen, die hatten 300, Leute, die 200 hatten, 250. Und das ist vollkommen nachvollziehbar, weil der deutsche Markt nun mal nicht so snappy ist wie international. Richtig. Wenn du eine sprachliche Barriere hast, dann ist das ganz normal. Ja. Ganz, ganz normal. Und mit dem, aber jetzt kommt's, mit dem Einführen von diesen Achievements hat man sich konkret auf eine Zahl festgelegt, die konkret mit einer Follower-Zahl verbunden ist, die konkret mit einer Streaming-Dauer verbunden ist, die alle in einer Zahl manifestiert sind. Und das hat man gemacht, weil man glaubt, dass das ein Kicker ist für Leute, die sich da hocharbeiten wollen. Aber es ist genau das Gegenteil. Es wird erstens überhaupt nicht eingehalten. Es wird nicht eingehalten. Die Partnership-Manager in Deutschland entscheiden individuell darüber, ob du deinen Partner-Baten kriegst oder nicht. Es spielt keine verfickte Rolle, wie viel Viewer du hast mittlerweile. Es ist egal. Entweder sie können dich auf Basis deiner hohen Sub zahlen und es gibt Streams, die haben 22 Zuschauer und 2000 Subscriber. What? Ja, kein Witz. Und ... Nee. Doch, kann ich dir danach sogar verlinken. Ist nachvollziehbar. Und deswegen spielt es keine Rolle. Dieses Achievement, dieser Achievement-Gedanke hat in erster Linie ... Hey, ihr Bruder, ist denn da so hart am Gift? Das sind sehr weiße Ritter im Stream unterwegs, Bruder. Du wirst geblendet, wenn du da reingehst. Gehst du da rein und ... Es glänzt. Und auf jeden Fall ist das halt ... Ist das ein Widerspruch? Ist das ein einfacher Widerspruch? Denn warum diese Zahl dahin werfen, an der sich jeder festhält, wenn es dann doch egal ist? Wieso dieses System integrieren, wenn die Partnership-Manager sich nicht dran halten müssen, sondern einfach individuell Sachen machen? Wieso? Wieso dann überhaupt? Wieso ist das dann Thema? Und ... Warum steht da nicht drin, dass es auch im Falle einer hohen Sub-Anzahl Partner werden können? Wieso steht das da alles nicht drin, wenn es dann darauf ankommt? Und wieso wird das vermarktet, wenn es dann doch egal ist? Und das ist etwas, was ich scharf kritisiere. Und viele Leute verstehen das nicht, weil ich denke, weil ich ganz offen und transparent sage, Bruder, wenn du 25 Zuschauer hast, kannst du nun mal nicht ... Sollte das nicht so sein, weil das ist das, was Twitch vorgibt. Aber es ist auch gleichzeitig das, was Twitch ignoriert. Und das macht alles keinen Sinn. Der Affiliate-Status ist das, wonach kleine Streamer jahrelang geschrien haben. Jahrelang hieß es. Gebt uns auch was. Gebt uns was, das vor dem Partner-Status kommt. Gebt uns was, womit wir schon sagen können, wir haben die Möglichkeit, unseren gleichwertigen Content zu monetarisieren, auch wenn es nur zehn Leute sind. Gebt uns das. Und sie haben es bekommen. Sie haben es gekriegt. Sie haben die Bevorzugung bekommen, die sie glaubten, dass ihnen zusteht, neben der Tatsache, dass es große Twitch-Partner gibt. Und genau auf Basis dieser Sache verstehe ich den ganzen Scheiß gar nicht mehr. Weil wenn ich durch die Twitch-Partner-Lounge gehe, und da ist jemand, der ist Twitch-Partner, dann muss ich davon ausgehen, dass der auf einem Level komplett ebenwürdig ist. Wenn er mich aber nach einem Foto fragt und mir sagt, wie cool er meinen Stream findet auf Basis von, er ist da schon zwei Jahre Sub, dann habe ich da nichts mit jemandem zu tun, der Kollege ist, sondern habe ich ihn mit jemandem zu tun, der Viewer ist. Und dann gibt es keine Rückzugsorte auf Events. Und dann gibt es da keine ... Dann gibt es da nur dieses unangenehme Gefühl, dass du da nicht hingehen kannst, weil das irgendwie nicht mehr das Ding ist. Und du hast keine Rückzugsorte, und es ist ganz merkwürdig. Und dann entstehen so komische Situationen. Und ... I don't know. I don't know. Ich finde das ... Naja. Das Problem ist auch, Twitch sollte diese Standards nicht zurücksetzen. Denn du kannst niemandem den Status wegnehmen, ohne mit dem Shitstorm aus der Unterwelt zu rechnen. Das heißt, jedes Mal, wenn du jemandem das gibst, und der es noch nicht hätte erreichen sollen, weil es irgendwie noch nicht da war, dann hast du keine Chance. Dann hast du einfach keine Chance, dem das wegzunehmen. Und das solltest du auch nicht. Sondern du solltest einfach die Standards einhalten. Wenn du die selber schon vorgibst. Ja. Ja. Also ich denke, generell bei diesem ganzen Partner- und Affiliate-Ding, mir wäre nur wichtig, also einfach aus der, ja, wie soll ich sagen, wieder vielleicht aus einer moralischen Sicht, dass man einfach den Weg dahin ebnet, bis der jeweilige Streamer von dem Stream allein existieren kann. Weil wenn ich mir, und das habe ich so oft, wenn ich höre, dass jemand 20, 25, lass es 30 Zuschauer sein, und er hat dann den Partnerrang, und dann höre ich nur, ja, ich mache jetzt Vollzeit-Streaming, dann kotze ich dir einfach auf die Tastatur. So. Das ist halt super schwierig. Das ist super, das geht gar nicht. Das geht gar nicht. Und da muss halt irgendwo, da muss halt wirklich eine Steigerung sein. Also der Weg, der Weg muss dafür geebnet sein, weil die Leute, die sind, die sind sehr leichtläubig auf diesem Weg dahin, und, ja, weil niemand hat das, was wir auch schon vorhin gesagt haben, diese Firmen, die sprechen dich natürlich erst mit einer gewissen Reichweite, mit einer gewissen Zuschaueranzahl und so weiter an, die dir dann monatliche, ein monatliches Fixum sichern. Hier steht eine Frage, warum muss denn immer davon Leben im Vordergrund stehen? Weil der Punkt von Twitch ist, vermarkte das so krass, wie es geht, damit Leute so viel Zeit wie geht da reinstecken, um, um, ähm, alle Features zu nutzen, um so viel Geld, wie es geht, zu verdienen über Twitch, damit die davon leben können. Und wenn, das ist auch das, was man bei der TwitchCon gemerkt hat, tatsächlich, wenn man die aufmerksam gesehen hat, aufmerksam, äh, angeschaut hat, das ist auch das, was die in ihre Agenda immer wieder reinbringen. Dieses Familien-Ding, dieses, wir sind das besondere Ding, wir sind die Besonderheit, bei uns ist das alles anders, und, wir geben euch, und das ist der Kicker, noch mehr Möglichkeiten, noch mehr Möglichkeiten mit eurem Content Geld zu verdienen. Und die Monetarisierungsmöglichkeiten sind mittlerweile so illusionär hoch. Ich zähle mal nur ein paar auf. Bits, abgesehen von den Donations, was nicht Twitch-eigen ist. Subs, Subs-Tiers, 9, 24,99, ähm, Merch, Spiele, Extensions, das sind alles Sachen, die über Twitch, ähm, Gewinne generieren. Und die, es wird immer mehr, und diese, diese Funktionen sollen dir, und den Leuten, die Gifted Subs, die sollen dir, den Leuten, die Möglichkeit, näher bringen, guck doch mal, guck doch mal, was du darüber verdienen kannst. Ja, du hast vielleicht ein paar wenig Zuschauer, aber, wenn da jemand 100 Subs reingiftet, dann läuft das doch. Und, ja, das halte ich auch für schwierig. Ja. Es ist halt, hm, Ich halte es dann für schwierig, wenn, wenn derjenige Streamer, oder der kleine Streamer, hm, sein Fokus, zu sehr dann auf den Stream setzt, und sagt, das ist jetzt, ich greife nach dem Stern, nach dem heiligen Gral, der gar nicht so immer ist. Naja, nee, das, Ergänzung, das ist nicht das Problem, aber es wird zu früh gemacht. Ja, genau. Es wird nicht auf den Punkt gewartet, wo das tatsächlich eine realistische, richtig, Einschätzung sein könnte. Genau. Genau. Ja. 100 Prozent. Genau so ist es. Es, für mich, der falsche Moment, so. Ja. Weil indem du, indem du jemanden mit zehn Zuschauern, ist der dann da, und dann kriegt er meinetwegen von demjenigen eine Hunderttausende Bombe. Hm. Und dann dreht er nächsten Morgen durch. Und er geht zur Arbeit, eigentlich hat er gar nicht Bock zu arbeiten, sondern will sich lieber mit dem Stream beschäftigen. Ja. Und das ist sehr, 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 sehr schwierig. Ja. Sehr, sehr schwierig. Und beispielsweise, viele haben es vorgemacht, viele, viele Leute, viele andere Streamer, es gibt unzählige Namen, die haben nebenbei gearbeitet, nebenbei gestreamt, und nebenbei studiert, nebenbei gestreamt, die reißen sich, von Studium würden wir jetzt nicht sprechen, Studium ist ja auch so eine besonderes Sache. Kannst du dich ja auch eintragen, bist du, bist weg. Ja. Studiert. Ja, studiert. Ja. Äh. Ja. Ja, und das einfach, was sag ich mal, das einfach aufzugeben. Studenten unter euch übrigens, heute ist Samstag. Heute ist übrigens Samstag. Ich sag das jedes Mal im Stream, falls jemand studiert. Heute ist übrigens Samstag. Ja, danke. Ah, ja, tägliche Ansage, wie der Kalender. Ähm. Ja, krass. Aber, ähm, ich hab dazu mein Feedback auch schon direkt an Twitch weitergegeben. Also, direkt, direkt. Hab gesagt, hey, das versteh ich nicht. Auf lange Sicht wirkt es merkwürdig. Keine Ahnung, mehr kann ich, also, meckern, merke meckern kann ich nicht und direkter meckern kann ich auch nicht. Ich hoffe, dass sich das vielleicht nochmal verändert und dass sich die Maßstäbe vielleicht regulieren, aber ich hab keinen Einfluss darauf. Ähm, am Ende entscheidet das eine, die, die höchste Instanz und wenn die das für richtig hält, ist das so. Ähm, ich find Kritik in dem Punkt aber immer wichtig. Ich hab sehr viel, ich hab sehr viel, ähm, Negatives mir gegenüber vernommen, weil es dann hieß, äh, du darfst Twitch nicht kritisieren und wenn ich meinen Arbeitgeber so kritisieren würde, würde der mich kündigen. Aber genau das ist das Ding. Ich bin nicht Twitcher, sondern ich bin Streamer. Hm. Und im Notfall, im absoluten Notfall, muss ich halt woanders streamen. Hm. Hilft ja nicht. Ja. Klar. Oder was anderes machen. Ja. Geht auch. Geht alles, klar. Ich hätte auch, in meiner blöden Zeit von Fortnite hatte ich auch von Mixern ein krasses Angebot. Hättest du, äh, hast du mir mal gegönnt, die haben coole Features. Haben die? Oh ja. Geht nach vorne beim Mixer. Okay. Wirklich. Geht richtig nach vorne. Kannst du nochmal mit ihm schreiben. Aber, aber, ja. Ja. Habt ihr damals vielleicht gesagt, sie sind Hurensohn, sorry. Aber in zwei, drei Jahren oder vielleicht in vier Jahren sieht es ja vielleicht auch genauso wieder bei denen aus. Genau. Was du hier dann vielleicht kritisierst. Wird dann auch ein zu großes Unternehmen. Ja. Die einzige Sache, um dich komplett davor zu schützen, musst du, musst du den Bombs selber aufmachen. Nee, nee, nee. Hast du nicht von dieser, hast du nicht von der, von den, von den mystischen Boden gehört, die da, da viermal hin und her gegangen sind? Nee, nee, nee. Na? Na? Ja, die Rocket Beans haben noch einen eigenen Laden aufgemacht. Also ein eigenes, äh, Abo-Modell. Unabhängig von allen. What? Ja, ja. Die haben, äh, die streamen auf beiden Plattformen, oder auf YouTube auf jeden Fall, auf Twitch und haben eine eigene Seite für, äh, das Abo. Okay. Damit da niemand sich was nimmt. Okay. Und das hat, und das hat funktioniert, weiß ich nicht, sie gibt, es gibt sie noch. Okay. Wobei ich letztens den stellvertretenden Geschäftsführer in sehr zwielichtigen Streams gesehen habe, wo ich dachte, naja, das scheint wohl noch nicht so gut zu sein, na. Ähm, äh, scheint, ist noch da, ja. Hm. Hast du noch was? Nee. Weil, wir sind jetzt schon vier Stunden am, oder dreieinhalb Stunden am Trocken. Ja. Und ich, würde jetzt sagen, lass uns das mal ab, oder beenden. Ja, ein Cut. Ein Cut machen. Ein Cut? Ja. Vielleicht gibt's einen zweiten Teil. Genau, ich bin ja für sowas immer da, wenn sich die, wenn sich das... Ich hab tatsächlich noch ein paar Themen, ich hab mir auch viel aufgeschrieben, so. Hm. Aber ich will das, das war jetzt gut. Das war so eine spontane Nummer, das hat mir sehr gut gefallen. Und, äh, dann freuen sich die Leute bestimmt auf den zweiten Teil. Ja. Total. Wenn sie wollen. Wenn wir wollen. Wenn wir Lust haben, das ist ja das Ding. Wir haben ja keinen festen Maßstab, sondern wir machen das einfach, wie wir Bock haben. Der Stream ist eine Einbahnstraße. Bruder muss los. Ja. Ich danke dir für deine Zeit. Ich danke dir, Stay. Und, äh, ich wünsche dir noch einen schönen Stream. Dankeschön, den wünsche ich dir auch. Grüße gehen raus an den Chat. Auch an deinen. Ja. Auch rein. Ciao.